Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz im Chat schon mal schreiben, dass alles soweit klappt, ihr uns hört. Perfekt, das erste Jahr ist da. Ich hoffe, das ist bei allen so. Wenn was ist, wenn ihr irgendwas nicht hört, irgendwas komisch ist, gerne auch im Chat schreiben. Und mein Kollege kümmert sich hier im Backoffice darum, dass alles gut läuft und beantwortet Fragen rund um die Technik, dass sie uns aufs Thema konzentrieren können. Ja, von daher ist für alles gesorgt, hoffentlich. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass so viele schon da sind. Ich sehe schon am Rande, dass der Webinarraum sich auf jeden Fall füllt. Das ist sehr schön. Das werden, denke ich, auch nach und nach mal mehr Leute eintrudeln. Genau. Wir beschäftigen uns ja heute mit dem spannenden Thema Pferde richtig fotografieren im Porträt und in Bewegung. Ich glaube, das ist für viele ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben auch sehr viele Anmeldungen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und ich freue mich, heute auch eine Menge zu lernen. Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin Michelle Holtmeyer. Ich bin verantwortlich fürs Marketing bei eHorses und eDocs. Ja, moderiert seit ein paar Monaten schon die Webinare. Vielleicht kennen mich ja schon ein paar Leute. Und ich freue mich heute wieder sehr viel über das Thema Pferdefotografie zu lernen. Und würde jetzt das Wort ganz kurz abgeben an dich, Diana, dass du dich auch kurz vorstellst, für alle, die dich nicht kennen. Vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein darf und ein bisschen über mein Thema Pferdefotografieren reden darf. Wie angekündigt, ich bin Diana Wahl. Ich bin jetzt im siebten Jahr selbstständig als Pferdefotografin. Ich habe mal ganz kitschig angefangen, so mit Pferd, Mädchen, romantisch, Sonnenuntergang. Das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt mache ich wirklich mehr für B2B, für Firmen, für Züchter. Ich kenne daher auch die Seite des Pferdeverkaufenden und weiß, wie ein Züchter sein Pferd natürlich präsentieren möchte. Ich kenne aber auch als Reiterin und Pferdebegeisterte, die auf allen möglichen Veranstaltungen rumspringt, natürlich auch die Seite des Pferdebegeisterten, der ein Pferd kaufen möchte und sagt, hey, was für ein Pferd, was für ein Foto würde mich denn ansprechen und welche Anzeige würde mich abholen. Und ich stöbere sehr gerne bei e-Horses und daher, ich kenne, glaube ich, sämtliche Anzeigen, die mit Füxen zu tun haben. Und ja, kann da beide Seiten ganz gut vertreten und möchte daher heute zeigen, wie man das dann schön macht, dass man das Pferd schön fotografiert bekommt und es dann hoffentlich einen tollen Volker findet. Ja, das finde ich auf jeden Fall super spannend. Wir haben auch sehr viel vorbereitet, deswegen ganz kurz zur Agenda, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Wir fangen gleich mit einer ganz kurzen Umfrage an, dass wir auch mal so ein bisschen wissen, wer ihr überhaupt seid, was ihr für einen Background habt und habt und das so ein bisschen einschätzen können, damit wir natürlich auch wissen, wo wir so ein bisschen den Schwerpunkt setzen. Dann hat Jana eine Präsentation vorbereitet. Dann würden wir tatsächlich direkt konkret in die Praxis gehen und ja, auch verschiedene Beispiele zeigen. Gute Beispiele, aber auch Beispiele, wo man so ein bisschen was verbessern kann, weil wir wollen ja mit alle was lernen. Und dann habt ihr am Ende noch die Möglichkeit, hoffentlich zeitlich Fragen zu stellen. Aber da auch schon mal, ihr könnt auch zwischendurch immer wieder Fragen hier in den Chat schreiben. Und die werden wir auf jeden Fall immer versuchen mit zu beantworten, wenn das gerade gut passt. Und ja, genau, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir hoffentlich ganz viel beantworten können. Da vielleicht auch jetzt an dieser Stelle einmal, wir haben gerade gesagt, wir würden gerne viele Beispiele aus der Praxis zeigen. Und in dem Mail stand es ja auch schon, dass ihr gerne selber eure Anzeigen, wenn ihr gerade welche aktiv habt bei eHorses, rüberschicken könnt, dass wir uns die einmal genauer angucken und da mal genauer auf die Fotos achten und vielleicht euch noch den einen oder anderen Tipp geben können. Von daher, wenn ihr Anzeigen habt, die ihr mir noch nicht geschickt habt, auch gerne hier in den Chat schreiben oder eben schicken. Der Link reicht, die ID, mein Kollege, der guckt sich das einmal an. Und ja, dann bekommen wir das auf jeden Fall hin, dass wir uns hoffentlich ein paar Praxisbeispiele anschauen. Ich hoffe, es werden nicht zu viele, weil dann wird die Zeit zu knapp. Genau. Aber genau, von daher einfach in den Chat schicken und dann gucken wir uns das hoffentlich an. Bevor wir jetzt richtig in die Tiefe einsteigen, würden wir einmal eine ganz kurze Umfrage machen, damit wir so ein bisschen ein Bild haben, wie viel Background-Bissen ihr vielleicht schon habt. Da haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet. Und zwar wollen wir einmal von euch wissen, ob ihr die Bilder von euren Verkaufspferden selbst macht. Da könnt ihr einmal kurz abstimmen mit Ja oder Nein. Und wie ihr die Bilder, wenn ihr sie selbst macht, mit einem Handy, relativ einfach, sage ich mal, oder wähle ich mit einer professionellen Kamera. Das ist dann ja schon nochmal ein Unterschied. Und das sieht man ja auch immer in den Seraten. Von daher würden wir euch da einmal bitten, dass ihr da einmal abstimmt. Und da geben wir euch einmal noch ein paar Sekunden Zeit. Aber ich sehe schon, dass ihr sehr fleißig dabei seid. Von daher geht das schneller als gedacht. Ja, und die Ergebnisse sind auch sehr eindeutig. So, ich glaube, der Großteil hat abgestimmt. Wenn der ein oder andere das jetzt nicht gemacht hat, ist auch nicht schlimm. Genau, ich beende die Abstimmung einmal, dass wir uns das anschauen können. Genau, also der Großteil macht die Bilder auf jeden Fall selber. Was, glaube ich, für dieses Webinar super ist. Weil dann kann man auch direkt das Wissen, was man heute so ein bisschen mitbekommt, anwenden. Ja, es sind auch noch immer noch einige dabei, die ihre Bilder mit einem Handy aufnehmen. Aber auch viele mit einer Kamera. Und ich glaube, Diana, das ist natürlich eine super Grundlage, dass man auch wirklich viel nachher anwenden kann von dem, was du jetzt gleich erzählst. Genau, da freue ich mich, dass da doch so viele mit der Kamera unterwegs sind und es nur einige mit dem Handy sind. Ich hatte eben im Chat gelesen, dass mein Ton irgendwie schlechter sein soll. Sollte sich das bestätigen, würde ich ganz schnell in mein Büro zwei Räume weiterflitzen und mir mein externes Mikro holen. Weiß aber nicht, ob das... Also bei mir hast du so ein ganz leichtes Rauschen. Ich verstehe dich gut, aber wenn das jetzt zuerstört... Das ist mein armes MacBook, was ein bisschen in die Jahre gekommen ist und jedes Mal arbeiten muss. Also ich versuche, wenn ich noch zwei Programme schließe, vielleicht sitzt dann leiser. Ja, der Ton ist etwas schlechter, schreiben die anderen auch. Also wenn du ein externes Mikro hast, gerne. Dann flitze ich. Ich bin in einer Minute wieder da. Ja, die Minute haben wir. Alles gut, kein Problem. Ja, okay, aber das bekommen wir hin. Diana holt jetzt gerade alles. Ich habe auch schon gesehen, so ein paar IDs sind hier schon in den Chat gekommen. Ich bin gleich gespannt, weil Diana hat jetzt so ein bisschen eine Präsentation vorbereitet, dass sie einmal ganz viel Basics erklärt, auf was man achten muss und all sowas. In der Zeit kann ich schon mal die verschiedenen, ja, Inserate sichten. Und es sind wirklich viele IDs und ein paar hatte ich ja auch schon vorweg geschickt bekommen. Und dann versuche ich auf jeden Fall, dass wir möglichst viel davon sehen und auch möglichst vielfältig. Also ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich gleich reingucke, was mir alles zugeschickt wurde. So, aber das sieht jetzt schon mal gut aus. So, ich würde sagen, Test Nummer zwei. So, ich würde sagen, Test Nummer zwei. So. Berüstet auch ein anderes Mikro. Ich weiß nicht, ob es jetzt besser ist. Ich hoffe es einfach. Ein bisschen Rauschen ist noch da, aber ich glaube, es ist besser. Okay, das ist wunderbar. Ich muss nur noch eine Möglichkeit finden, das vor mir zu positionieren. Ich will es nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Ja, wie eine Moderatorin. Einmal mit Profis arbeiten hier. Aber ich kenne das. Ich habe auch ein externes Mikro. Ich muss da auch erst eine Position finden, wo es dann wirklich gut hin kann. Und ich glaube, wir haben sogar das Gleiche. Also, auf dieses Verlass. Gute, rode Podcaster. Sehr zu empfehlen, wenn man eine Möglichkeit findet, es abzustellen. Ist deutlich besser. Okay, wunderbar. Perfekt. Ich glaube, dann können wir loslegen. Ja, da freue ich mich. Soll ich mal anfangen? Ich wollte gerade sagen. Also, wir sind durch soweit. Ich glaube, die meisten warten jetzt gespannt, was du zu erzählen hast. Und ich auch. Dann legen wir mal los. Wie gesagt, das Thema ist Pferde fotografieren, sowohl in Bewegung, im Porträt und natürlich mit dem Schwerpunkt, das perfekte Verkaufsbild zu machen. Ich glaube, ich habe viel zu viel zu erzählen, weil ich immer denke, es ist alles wichtig und ich würde am liebsten alles erzählen. Von daher, ich habe ein bisschen Angst, den zeitlichen Rahmen zu sprengen. Ich versuche, mich kurz zu halten, um möglichst viel zu erzählen. Sollten Fragen kommen, gerne reinschreiben. Und ich versuche, sie einzubauen. Und wenn das aber zu komplex ist, dann hänge ich die gerne später hinten dran. Also, es geht da nichts verloren. Und wir starten mal mit dem Equipment. Das ist so die Frage Nummer eins, die mir gestellt wird. Wenn es natürlich daran geht, was für eine Kamera nutzt man denn und wo fängt man denn an? Prinzipiell erst mal, die Kamera ist das eine. Der Mensch, der hinter der Kamera ist, ist aber viel, viel wichtiger. Also, ich kenne Menschen, die eine ganz tolle Kamera haben und andere, die ein Handy haben. Und dann sind die Handyfotografen tatsächlich in dem, was sie sehen, manchmal besser als der, der die teure Kamera hat. Von daher, was wichtig ist, natürlich eine Kamera, die möglichst schnell viele Bilder hintereinander machen kann. Also, wenn man eine Kamera hat, wo man dann so rum eins, zwei, drei und dann macht sie das nächste Foto, darauf warten kann. Das ist für gerade Bilder in Bewegung natürlich ungünstig. Das ist mir wichtig. Dann, gerade wenn man mal Bilder in der Halle machen muss, muss die ein gewisses Rauschverhalten einfach abkönnen. Das heißt, ich sollte auch mal auf ISO 1000 oder 2000 hochdrehen können. Das heißt, eine gewisse Sensorqualität haben, ohne dass da das große Rauschen anfängt. Das ist super wichtig. Und natürlich, was vielleicht vergessen wird, ich brauche verschiedene Möglichkeiten, meinen Fokus zu setzen. Wenn man eine ganz kleine Kamera hat, so eine D3000 Einsteigerkamera oder ähnliches, dann kann es sein, dass man nur so fünf Fältchen hat und sich dann auswählen kann, rechts, links, oben, unten. Wo soll der Fokus sein? Und da ist natürlich schwierig, genau zu fokussieren. Und da ist dann oft der Fehler, wo Fotos unscharf werden, weil die Kamera einem kaum Auswahlmöglichkeiten gibt. Von daher, da auf jeden Fall auch drauf achten. Finde ich bedeutend wichtiger, als die größte Megapixelzahl, die da dran stehen kann. Ich habe euch mal hier reingeschrieben, mit was für Kameras ich schon gearbeitet habe oder immer noch arbeite. Und die kann ich sehr empfehlen. Man kann natürlich auch von Nikon oder Fuji oder was auch immer eine Kamera kaufen. Nur damit habe ich leider keine Erfahrungen. Was super wichtig ist, ist ein Objektiv. Finde ich fast noch wichtiger, als die Kamera. Denn die Kamera ist das eine, aber wenn da das Unpassende, die unpassende Linse vor ist, dann wird es natürlich schwierig. Da ist das eine, das werden wir uns gleich noch anschauen. Ich brauche natürlich die passende Brennweite. Also ein Pferd ist ein relativ großes, massiges Wesen. Und um das korrekt darzustellen, brauche ich etwas, was ein bisschen teleartig ist, ein Teleobjektiv, was ein bisschen staucht, was das Ganze nicht noch weitwinkliger macht, weil ansonsten wird uns aus unserem schönen Warmblüter vielleicht ein Elch. Das wollen wir alle nicht. Da ist so, ja, alles auf 100 Millimeter schon ganz gut. Besser 135. Mein Evergreen ist das 70-200. Relativ lichtstark mit einer durchgehenden Blende 2,8. Das heißt, ich kann damit super gut auch in der Halle fotografieren und bekomme sehr viel Licht rein. Und dieses Objektiv besitze ich über zehn Jahre, möchte es nicht mehr abgeben, kann das nur empfehlen. Ebenso wichtig ist natürlich, dass ich Speicherkarten habe, die schnell sind. Ansonsten habe ich vielleicht eine tolle Kamera, ein tolles Objektiv und dann super langsame Speicherkarten. Und das ist es, hätte ich einen Ferrari und würde Stützräder dran bauen. Und dann würde meine Kamera schön viele Fotos hintereinander machen, aber die Speicherkarte sagt, oh, tut uns leid, wir müssen jetzt speichern. Und dann stehen wir da. Und was super wichtig ist, weil ich weiß, dass hier viele sind, die sagen, oh, meine Fotos werden nicht richtig scharf, ich habe da ein Problem. Wenn die Kamera und das Objektiv nicht aufeinander justiert sind, und damit meine ich nicht, dass es beides Canon ist, sondern dass man die ab und zu mal einschickt. Also ich mache das echt selten, shame on me, aber wenn ich ein neues Objektiv kaufe, dann achte ich darauf, dass ich die einmal wegschicke zum Hersteller beziehungsweise zum Service und da sage, hey, checkt mal bitte, ob das alles zusammenpasst, ob da die Anschlüsse richtig sitzen, weil dann kann ich mit Fokusproblem da schon einiges vermeiden. ansonsten kann es sein, dass es objektiv immer wieder den Hintergrund scharf macht und ihr wollt natürlich eigentlich das Pferd scharf haben. Das sind so Kleinigkeiten, die man so easy vermeiden kann. Genau. An die Handyfotografen, was ich absolut gar nicht schlimm finde, weil gerade die neueren iPhones oder auch Huawei und Rubelphones echt krasse Bilder machen. Es gibt einen Trick, der klappt bedingt, aber er klappt ganz gut. Es ist zumindest besser, als einfach so erstmal drauf zu halten und der Trick ist, nutzt den optischen Zoom. Also die meisten Handys haben ja hinten so drei Kameras dran, manche haben auch noch mehr und wenn ich da den Zoom nutze, sprich, da steht dann ja zweimal oder dreimal die Vergrößerung und wenn ich das schon anklicke und dann lieber selber fünf Meter weiter nach hinten gehe, also mich vom Pferd entferne und aber optisch mit meinem Handy ranzoome, bekomme ich eine andere Brennweite und mein Pferd sieht nicht mehr so elchig verzerrt aus, sondern sieht viel natürlicher aus. Nur darüber, dass ich quasi ein bisschen zurückgegangen bin und gesoomt habe und das hilft schon immens weiter. Also das ist für alle, die mit dem Handy öfter mal Fotos machen müssen, kann schon mal wirklich eine kleine Welt verändern und ansonsten rate ich nur, entweder steigt langfristig doch oben auf eine Kamera oder sucht euch einen Fotografen, eine Fotografin des Vertrauens, wo ihr sagt, hey, wenn ich die Kamera nicht habe, die hat das Equipment und die soll meine Bilder machen, weil am Ende des Tages der Unterschied zwischen ich habe das Foto gerade bei Pferden in Bewegung mit dem Handy gemacht und ich habe da wirklich mit einer professionellen Kamera, die mein Pferd korrekt darstellt, gearbeitet, da ist schon ein immenser Unterschied zwischen. Ja, auf jeden Fall, das kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade bei den Bildern in Bewegung. Spätestens da ist das Handy raus. Da fängt es drauf. Meist noch nicht mal, weil es unscharf wird, sondern einfach, weil da dann so eine Verzerrung da ist, dass die Pferde so merkwürdig aussehen. Also die Smartphones sind leider irgendwie nicht für die Handyfotografie geboren. Komisch aber auch. Genau. Kommen wir mal dazu. Warum nutze ich denn so eine riesen Scherbe, ein Objektiv? Muss das denn sein? Aus dem einfachen Grund. Das ist mein Pferd. Wir haben gleiche Kamera. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe nur das Objektiv lediglich geändert. Und wir sehen auf dem linken Bild, und das sind 50 Millimeter, euer Handy hat 8 bis 15 Millimeter Brennweite. Das heißt noch elchiger. Und auf dem linken Bild, das Tier hat einen sehr großen Kopf und einen sehr kleinen Körper. Würde ich jetzt nicht zum Verkaufen nutzen. Vielleicht zum Halfterverkaufen, aber sonst weniger. Und auf der rechten Seite sehen wir dann doch eher, das Ganze ist viel gestauchter. Das Pferd sieht aus wie ein Pferd. Die Proportionen passen viel mehr zusammen. Und das ist das, was das Handy auch macht, wenn wir da zurückgehen, ein bisschen ranzoomen. Es wird zwar nicht ganz so aussehen wie hier, aber der Effekt wird schon besser aussehen und weniger elchig. Man guckt auch lieber hin. Das muss man auch mal sagen. Genau. Dann die nächste Frage ist dann meist, okay, ich habe eine Kamera, und was mache ich denn jetzt damit? Automatikmodus kennt wahrscheinlich jeder, aber das ist ja nicht das, was einen glücklich macht, weil dann entscheidet die Kamera, was sie gerade für richtig hält. Und das ist im seltensten Fall das, was man in der Situation gerade brauchen könnte. Dann steht man da und die Kamera sagt, ja, also ich finde, wir machen das so, rechnet aber nicht damit, dass das Pferd sich doch ein bisschen schneller bewegt, und dann ist wieder alles unscharf. Von daher wechseln wir mal in den manuellen Modus. Es gibt auch noch so Halbautomatiken, Sportmodi, etc. Das ist schon besser als der Automatikmodus, aber wir wollen das ja richtig machen. Folglich fangen wir mal manuell an. Wir haben unser Pferd in Bewegung, Schritt, Trab, Galopp, im Schritt, aber Trab, Galopp, Bewegung auf jeden Fall. Da brauchen wir das. Stellen wir uns eine tausendstel Sekunde ein. Das ist so das Minimum, was wir brauchen, damit unser Pferd scharf wird. Im ganz Dunkeln geht auch mal eine achthundertstel Sekunde, aber mit der tausendstel, wir sind auf der sicheren Seite. Damit können wir die Bewegung des Pferdes einfrieren und es wird scharf. Das haben wir eingestellt. Als nächstes nehmen wir die Blende dazu. Das ist diese Zahl, die immer anfängt mit 2,8, 3,5, 4,0, wie auch immer. Und da stellen wir das ein, was euer Objektiv hergibt, was da das Lichtstärkste ist. Lichtstark ist in dem Fall die kleinste Zahl. Das heißt nämlich, dass ich die Blende ganz weit aufmache, dass wir sehr viel Licht reinbekommen, dass aber gleichzeitig nur noch ein ganz kleiner Bereich des Bildes scharf wird. Also bei 2,8 sitzt es ungefähr so viel Tiefe, so viel, die scharf wird. Das ist wirklich nicht viel. Daher kann man auch bei Bildern in Bewegung, wenn man da mal das Problem hat, es ist irgendwie nicht alles so richtig scharf, ruhig mal so 4,0 nehmen. Da haben wir nämlich, jetzt kommt zwar ein bisschen weniger Licht rein, aber es wird doch ein bisschen mehr scharf. Da sind wir vielleicht bei so einem Bereich, der dann so scharf wird von dem Pferd in der Tiefe und das erhöht natürlich unsere Trefferquote. Das heißt, das stellen wir da ein und sagen, okay, das ist der Bereich, der scharf werden soll. Wir wollen möglichst viel Licht reinhaben. Und dann haben wir als dritte Komponente und das ist unser Joker, haben wir noch die ISO, das heißt, die Empfindlichkeit des Sensors. Und die versuchen wir, so niedrig wie möglich zu halten, weil wir könnten die ja hochdrehen und dann wird unser Bild heller. Gerade bei Fotografie in der Halle kann das schon mal entscheidend sein. Aber wir haben darüber einen riesen Qualitätsverlust und ganz schnell sieht man dieses Kriselige und es rauscht und es wird pixellig und auch nicht mehr schön und irgendwann sieht man nur noch überall so Pixelpunkte, die dann so bunte Ränder kriegen. Grausig. Daher so niedrig wie möglich halten und als allerletztes anstellen. Also wenn ihr die ersten zwei Faktoren eingestellt habt und euch dann so denkt, shit, das ist noch zu dunkel, dann können wir da höher gehen. Wenn das aber bis dahin schon passt, dann bleiben wir mit der ISO bei 100. 100 ist da der Startwert und bei den meisten Kameras kann man entspannt bis 1000 hochdrehen. Bei den besseren Kameras kann man auch bis 2000 hochdrehen und dann wird es irgendwann mal nicht mehr ganz so schön. Dann haben wir noch diesen Kameramodus. Da gibt es so verschiedene Sachen, die man einstellen kann und da ist es wichtig, dass wir den Mitziehermodus einstellen. Das heißt, ein Pferd läuft dran her und die Kamera sagt, okay, ich habe den Fokus auf dem Pferd, das Pferd bewegt sich und ich ziehe mit. Ich fokussiere nicht jedes Mal neu beziehungsweise die fokussieren ganz, ganz, ganz schnell neu, aber es sagt nicht, aha, okay, wo ist das Pferd denn hin, weiß ich nicht, ich muss mal komplett neu fokussieren, sondern die Kamera sagt dann, okay, wir bleiben da dran, es bewegt sich und ich ziehe mit und bleibe scharf. So kann ich die ganze Zeit in Bewegung Fotos machen. Ansonsten wäre das nicht ganz so einfach. Das heißt, bei Canon AI Servo und bei Nikon heißt es Continuous, also verfolgend mitziehender Modus und genau, das stellen wir ein. Wenn wir dann Bilder in Bewegung machen, ist eine Reihenaufnahme schon sinnvoll, da aber bitte nicht das Kanonengewehr Dauerfeuer, das hört man gerade, wenn man in der Turnierfotoszene ist, gibt es so zwei Lager. Im Springsport ist es tausend Fotos hintereinander und hinterher dann wirklich jede Phase haben, genau auswählen und im Dressurlager, wenn man da dann steht, so in Aachen, 40 Fotografen auf einem Haufen und da kann man wirklich jedes klicken hören, weil es sehr leise ist in diesem Stadion. Das glaube ich. Da möchte man dann nicht der Fotograf sein, weil da wird kein Dauerfeuer gemacht. Da wird dann wirklich sehr genau, wenn dann so die Einer wechselt, rechts und links und auf der Diagonalen, dann hörst du ganz genau klick, klick, klick und die Leute können treffen. Die machen kein Dauerfeuer. Und wenn du der einzige Otto bist, der daneben haut und der irgendwo dazwischen klickt, dann möchtest du einfach so ein Loch im Boden haben und dass du verschwindest. Und von daher... Das ist genau einmal. Ja, ich habe es einmal gemacht, es war mir sehr peinlich. Auf einmal gehen alle Blicke rum und jeder guckt so, hm, wer war es, der gerade daneben geklickt hat? Ja, war der der. Ungünstig. Von daher, es macht zu Übungszwecken voll Sinn, das auch im Einzelbild zu beherrschen, gerade wenn man auf solchen Veranstaltungen rumturnt und sich da nicht schämen möchte. Aber natürlich, die Reihenaufnahmen haben ihre Daseinsberechtigung. Aber auch da kann man daneben liegen. Wenn ich eine Kamera habe, die keine schnellen Reihenaufnahmen macht, dann kann es auch sein, dass ich da zwar Dauerfeuer mache, aber leider dauerhaft die falsche Phase habe. Das ist dann auch blöd. Dann kann man noch einstellen, welches Format soll denn mein Bild haben? Möchte ich ein Raw haben? Das heißt, die volle Information, alles, was ich wissen möchte über dieses Fotos, alle Farbinformationen, Helligkeitinformationen, alles da und ich kann da noch richtig viel nachbearbeiten. Oder sage ich, hey, ich brauche möglichst viele Fotos, möglichst schnell die Fotos, ich habe keine Zeit zur Nachbearbeitung, ich möchte das auch gar nicht machen. Wenn dann nur wirklich ganz wenig, dann kann auch ein JPEG, das heißt eine komprimierte Datei, die ich nicht noch mal extern bearbeiten, in ein Programm reinladen und alles mögliche machen muss, die kann dann auch total sinnvoll sein und danach mache ich das abhängig. Ich kenne ganz viele Turnierfotografen, die das in JPEG machen, weil sie sagen, na gut, das sind jetzt 3000 Turnierfotos an diesem Wochenende, die will ich ja nicht alle noch mal einzeln öffnen und nachbearbeiten und dann ein paar Farben korrigieren. Die müssen so gut aus der Kamera kommen und dann gehen die direkt weiter. Also das ist gerade bei Zeitungen gang und rede und da kann man drüber nachdenken, möchte man bearbeiten, dann macht man es in RAW, möchte man sich den Spaß sparen und möglichst korrekt fotografieren, dann kann man auch ein JPEG machen. Genau. Was ich da noch einstellen kann, was ich super wichtig finde, sind die Fokuspunkte. Das ist das, wo ganz viel mit verloren geht und in Sachen, wird mein Bild scharf oder unscharf? Also das ist der Knackpunkt. Ich reite da so gern drauf rum, weil das immer das Ding ist, wo es so schief geht und da ist es super wichtig, sich zu überlegen, hey, wo setze ich denn meinen Fokus? Weil, also ich habe verschiedene Möglichkeiten, so einen Fokus zu setzen. Es gibt da den Modus, die Kamera wählt selber aus, was sie für sinnvoll erhält. Das ist dann meistens das Motiv, was am nächsten zur Kamera dran ist. Wenn da aber gerade ein Hund im Vordergrund herläuft und du möchtest das Pferd im Hintergrund, dann hast du den Hund scharf. Das ist dann eher ungünstig. Oder vielleicht hast du so drei Gräser, die ein bisschen höher ragen und zack, sind die dann scharf und auch nicht mehr das Pferd. Folglich macht es den Sinn, das so ein bisschen mehr selber anzugehen und da dann auch zu schauen, okay, wo soll es denn hin? Mittig ist schon mal gut, weil wir wollen ja prinzipiell, dass unser Pferd mittig im Bild zu sehen ist und nicht irgendwie rechts unten am Rand, so als Beiwerk. Und dann kann man da noch verschiedene Modi einstellen, aber erst mal schauen, dass man einen Fokuspunkt hat und den in mittig. Genau, man kann in verschiedenen Kameramenüs auch noch verschiedene Einstellmöglichkeiten und Modi wählen. Da ist dann wirklich aber von Kamera zu Kamera abhängig, was die können und auch was die Modelle da anbieten. Ich glaube, wenn ich da jetzt noch reingehen würde, dann würden wir übermorgen hier auch noch sitzen. Von daher schaut, dass ihr euch da mal Gedanken macht, mit der Kamera beschäftigt, schaut, was können diese Menüs wirklich mal ausprobieren, sich mal vielleicht einen halben Tag Zeit nehmen und sagen, gut, ich teste mal, womit ich am besten klarkomme, womit mein Equipment am besten klarkommt, weil das auch super individuell ist. Und da merkt man dann schnell, okay, der eine kommt mit dem Modus besser klar, der andere ist super, super schnell, Fokuspunkte zu verschieben. Ich habe immer nur so einen kleinen Fitzel-Fokuspunkt und verschiebe den den ganzen Tag hin und her und andere sagen, ich mache mir einen größeren in die Mitte und bin damit fein, von daher ausprobieren. Das kann sich wirklich ausprobieren wahrscheinlich. Total, was einem da eher liegt. Ich lese einmal die Frage durch, fotografiere ich Fotos über den Sprung, am besten im Sportmodus oder welche andere Einstellung ist optimal? Tatsächlich tut sich jetzt hier nichts, ob wir das jetzt in der Dressur oder über dem Sprung machen. Also ich könnte das in dem besagten Sportmodus machen. Ich kann das aber auch mit den Einstellungen, die hier quasi stehen, schon im manuellen Modus machen. Das ist genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil ich im manuellen Modus natürlich mehr Steuerung über das Ganze habe und der Sportmodus ja auch eine Art Automatik ist, die aber schon weiß, dass sich die Sachen bewegen. Genau, hier wird das Ganze dann nochmal erklärt. Das ist quasi genau das, worüber ich gerade geredet habe. Ich lasse euch das in der Folie drin. Das könnt ihr euch hinterher dann genauer anschauen. Da wird dann nochmal genau erklärt, was in welchem Verhältnis steht und darüber versteht man eigentlich ganz gut, wie das mit dem manuellen funktioniert. Weil eigentlich ist es echt kein Hexenwerk. Genau, vielleicht für euch zur Info. Die Aufzeichnung gibt es ja nachher nochmal per Mail und Diana hat es auch gesagt, wir können die Präsentation da auch mit reinpacken. Genau. Nicht irgendwie Angst haben, muss man sich alles merken. Die Infos gibt es nochmal. Genau. Hier sieht man mal, wie das mit der Blende gemeint ist, worüber ich eben geredet habe, mit den Bereichen, die scharf werden können oder nicht. Das ist die Schnute von meinem Pferd. Einmal mit Blende 1,8. Da sieht man wirklich, es sind so ungefähr drei Barthaare scharf. Das wäre für Bewegungsfotos ein bisschen wenig. Also da möchte man ja doch ein bisschen mehr des Pferdes sehen und nicht nur vielleicht drei Haare von der Mähne. Und dann sehen wir einmal Blende 13. Da ist dann wirklich die gesamte Nase, das Halfter, der Füllstrick und schon ein Teil der Brust scharf. Ja, ist für den Effekt, was scharf werden soll, toll. Aber damit haben wir extrem viel wenig Licht in dem Bild. Bei dem Bildgegen ist noch viel Spannung von einer weißen Wand und es hat die Sonne geschienen. Stellen wir uns das in einer dunklen Reithalle vor mit Blende 13. Ich garantiere euch, ihr könnt den Fußboden nicht von dem Pferd unterscheiden. Von daher lassen wir das lieber mit Blende 13 und versuchen da was zu nehmen, was ein bisschen weniger Schärfe, aber dafür doch ein bisschen mehr Licht hat. Genau. Hier kommen wir noch einmal zur Belichtungszeit. Das sind mal krasse Extreme. Das eine ist die angesprochene tausendstel Sekunde. Wenn ihr die einstellt, ihr seid auf der sicheren Seite. Da wird es auf jeden Fall scharf. Und dann mal das krasse Gegenteil. Eine zehntel Sekunde. Da muss man wirklich die eigene Hand schon ganz schön ruhig halten oder doch ein Stativ benutzen, damit man da nicht selber schon einen Wackler reinbringt. Und ja, das findet so, außer als Stilelement, wenn man sagt, man möchte diesen Wisch-Effekt haben, das bietet da keine Anwendung. Also, ich nutze die tausendste Sekunde, habe das Scharf, das Scharf werden soll, und dann passt das. Und das ist die ISO, über die ich eben sprach und wie grisselig das dann aussehen kann, wenn man da doch in sehr hohen Bereichen unterwegs ist. Und das hier, also, bei den meisten Kameras sieht es ungefähr wie auf dem rechten Bild aus, wenn man sich bei ISO 2000 bewegt oder bei ISO 3000. Wenn man da mal näher ran sucht, dann wird das sehr schnell schon sehr flackerig, sehr grisselig. je nachdem, was kleine Kamera das ist. Bei den hochwertigen dauert es ein bisschen länger, bis man die so verärgert, aber bei den günstigeren Modellen geht das ganz, ganz schnell. Und dann spucken die einem nur noch so grisselige Dinge aus. Das ist dann auch nicht mehr schön. Von daher, immer versuchen, so wenig wie, ja, nötig davon zu verwenden. Und das ist noch etwas, das ist gerade für die, die sagen, hey, ich mache meine Fotos als JPEG, ich möchte da gar nicht mehr so viel nachbearbeiten. Wenn ihr vielleicht mal das Problem habt, ihr macht ein Foto und es ist super schönes Wetter, dann schaut euch das Foto an und denkt euch so, hm, irgendwie sehen die Farben völlig anders aus als in echt. Dann kann es daran liegen, dass der Weißabgleich nicht gepasst hat. Weil, ähm, wir darüber quasi die Farbtemperatur des Fotos bestimmen können. und auch da gibt es dann Automatikprogramme und dann stellt die Kamera Dinge ein, von denen sie denkt, dass sie gut sein könnten, passt aber meist nicht so. Und eigentlich ist das Ganze total simpel. Das hat nämlich mit diesen crazy Motivprogrammen zu tun, die man da immer sieht. Da steht dann so Sonne, Tageslicht, bewölkt, Schatten, Wolken, sowas kann man da einstellen. Und die meisten denken sich erstmal so, keine Ahnung, was ich mit diesen komischen Bildmotiven soll, das kann ich auch nicht beeinflussen. Aber wir können darüber die ganze Farbtemperatur steuern. Und diese tollen Motive sind nämlich mit einem Zahlencode hinterlegt oder sind in eine Tabelle eingeordnet. Die Tabelle geht von 1000 bis 10.000. Und unser Mittelwert ist bei den Kameras 5000, 5500, da haben die dann die Sonne. Das ist nämlich Tageslicht. Und das ist dann ein relativ neutraler Wert, der ist weder sonderlich kühlblau noch sonderlich rötlich warm. sondern so mittig dazwischen. Ich habe tatsächlich meine Fotos meist einen Hauch wärmer. Das macht oft das Ansehen der Fotos ein bisschen angenehmer. Das wäre dann bei diesem Motivprogramm zum Beispiel Wolkig. Wolkig liegt bei 6000, das heißt, es ist ein Hauch wärmer als Tageslicht. Und das funktioniert super. Also wenn ich das einstelle, gerade bei Füchsen, bei Braunen, bei Falben, Cremellos, Palominos, alles, was so einen wärmeren Touch hat, das sieht damit tipptopp aus. Und da kommt die Farbe oft so ein bisschen besser raus. Oder wenn ihr sagt, ihr macht einen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, alles, was ein bisschen mit Sonne und Warm zu tun hat, Fotos, probiert es mal. Und wenn euch das nicht reicht, könnt ihr immer noch auf Schatten stellen. Das ist auf 7000, das ist dann noch wärmer. Haben wir jetzt aber einen Schimmel oder einen Rappen. Und die neigen ja gerne so dazu, so ein bisschen gelb, schmutzig, nicht so auszusehen. Und wir wollen die jetzt, ohne da irgendwas dran zu pfuschen, also die Grundvoraussetzung, wir haben sie geputzt. Wenn der Schimmel gelb ist, können wir den auch nicht durch eine Kamera wieder weiß machen. So kann ich das nicht. bei manchen Pferden ist es ja trotzdem, du kannst sie putzen wie blöd und die sehen immer noch gelblich aus. Oder die Kamera macht sie gelblich. Oder ich habe vielleicht eine Lampe im Stall hängen, die so ein warmes Licht hat und mein ganzes Pferd ist gelb. Ja, und da können wir uns die ganze Sache auch zunutze machen und stellen da einfach einen kühleren Wert ein. Dann stellen wir da mal Leuchtstoffröhre ein oder Tageslicht oder irgendwas dazwischen. Alles, was sich so 5.000, 4.000, 4.500 in so einem Bereich bewegt, das ist so ein Hauch kühler und ein Rappe als auch ein Schimmel sieht automatisch sauberer aus, weil unser Hirn nämlich Farben mit Dingen verknüpft und für unseren Kopf ist alles, was bläulich ist oder ein bisschen kühler ist, automatisch sauber, weil Wasser ist sauber, unser Putzmittel wird die Bewerbungen, die sind auch meistens in Blautönen gehalten, selten in Gelbtönen, die wären eher mit irgendwie Schmutz und nicht ganz so sauber assoziiert, zumindest nicht klinisch rein und so können wir uns diesen Blauton, den wir so ein bisschen in das Pferd reinholen, nicht übertreiben, also nicht schockfrosten, aber das kann man sich so ein bisschen zunutze machen und wenn man nicht viel nachbearbeiten will, aber das Pferd soll die richtige Farbe haben, ist das eine super Sache und das geht sogar mit dem Handy, also man kann auch mit dem Handy, viele Handys haben auch so einen manuellen Modus und da kann ich das auch einstellen und dann sieht mein Sonnenuntergang nämlich hinterher auch noch hübscher aus. Das nächste hat nichts mit der Kameraeinstellung zu tun, aber mit der Position, wie ich mich zu meinem Motiv befinde. Das ist super, super wichtig, damit wir wieder keine Elche erschaffen und man unterscheidet das Ganze in drei groben Perspektiven, die man natürlich mehr oder weniger krass ausprägen kann. Ich habe das jetzt, also man hätte das noch krasser fotografieren können, aber das ist was, was relativ natürlich ist. Wir haben die Froschperspektive, sprich wir hocken wie ein Frosch am Boden und fotografieren nach oben. Das lässt unser Pferd größer wirken. Also wenn jemand ein kleines Pferd größer fotografieren möchte, einfach einen Hauch tiefer hocken, dann sieht das Tier automatisch gestreckter aus. Man kann das auch super machen, wenn das Pferd Herdenchef ist und du möchtest es darstellen, es soll ein bisschen majestätischer aussehen, dann geht das auch super, ist aber natürlich nicht der realistische Blick auf das Pferd. Dafür haben wir eine Normalperspektive, das heißt, wir befinden uns, ich bin gerne so leicht gehockt, also ich bin nicht in der Hocke, aber ich stehe auch nicht aufrecht, dazwischen irgendwo. Und ich bin dann ungefähr mit meiner Kamera so auf, ja, was heißt Brust, Schulterhöhe, vielleicht ein bisschen höher, aber nicht auf Kopfhöhe. Und das ist eigentlich die perfekte Position, um ein Pferd recht neutral darzustellen und nicht in irgendeine Richtung zu verzerren. Dann haben wir noch die Vogelperspektive. Die Vogelperspektive wäre generell komplett von oben runter. Das ginge jetzt nur, wenn ich mit der Drohne drüber schwebe, habe ich auch schon gemacht, aber das kann niemand als Verkaufsbild brauchen. Aber für den Zweck habe ich mich mal auf eine Leiter gestellt, mein Pferd von oben fotografiert. Das macht für so etwas nicht richtig Sinn. Aber das passiert zum Beispiel, wenn ich selber einfach ein bisschen größer bin und dann zum Beispiel ein kleineres Brony fotografieren muss. Dann bin ich ganz schnell so viel drüber, dass ich das Tier so von oben runter fotografiere und dann sehen die ganz komisch verzehrt, platt aus. Das ist vielleicht niedlich, wenn ich einen Hundewelpen habe oder wenn ich einen Fohlen habe und es soll besonders niedlich sein und guckt das auch noch so hoch. Ja, dann ist das super süß, aber wir wollen ja im seltensten Pferd unsere Pferde als niedliche Hundewelpen verpacken. Folglich nehmen wir dann doch lieber diese Normalperspektive, bleiben dabei und können das mit der Froschperspektive so leicht von unten so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn das Pferd mal ein bisschen kleiner ist und wir wollen es noch ein bisschen größer haben. Aber ansonsten bleiben wir bei der normalen Variante. Wir suchen was recht neutral. Ja, in der Hoffnung, dass es normal und neutral aussieht. Kommen wir zu einem Faktor, der auch super, super wichtig ist, egal welche Kamera wir haben, und zwar der Hintergrund. Ich glaube, wenn man so ein bisschen bei E-Houses stöbert, dann sieht man da Dinge, die wollte man gar nicht sehen und Hintergründe. Die gehören noch nicht dazu. Da erfährt man Sachen, das wollte man gar nicht wissen. Und manchmal... Das ist privat. Man erkennt das Pferd auch manchmal gar nicht und fragt sich so, ist das ein Suchbild? Wo ist es denn? Und damit das... Das ist ein Traktar. Ja, ja. Damit das nicht passiert, gibt es ein paar Sachen, die man einfach beachtet. Eigentlich erklärt sich das durch logisches Denken. Aber wir schauen uns das doch nochmal an. Zum einen, ich möchte natürlich einen ruhigen, homogenen Hintergrund haben, was Gleichmäßiges, wo sich mein Pferd gut von abheben kann. Und da ist es sinnvoll, dass wir möglichst viel Abstand zu allem bekommen, was vielleicht doch im Hintergrund da ist und potenziell stören könnte. Es kann sein, wenn ich auf einer Wiese bin, dass ein Zaun da ist. Wenn ich mich jetzt direkt zwei Zentimeter neben den Zaun stelle, mit meinem Pferd, ja, dann ist der Zaun natürlich sehr präsent. Bin ich aber so 20 Meter davon weg, dann ist das nur noch was Leicht und Scharfes im Hintergrund und hat jetzt nicht so eine Hauptrolle in diesem Foto. Das ist das eine. Zum anderen schaue ich natürlich, dass ich natürliche Farben habe, also da, wo ein Pferd auch normalerweise vor dargestellt werden würde. Ob das eine grüne Wiese ist, irgendwie ein bisschen Bäume im Hintergrund, ein sandiger Reitplatz, etc. Das ist dann weniger, weiß ich nicht, der blaue LKW mit neongelber Schrift im Hintergrund. Das würde ich vielleicht nicht nutzen. Und dass es natürlich sich auch mein Pferd davon abhebt. Also, wenn ich jetzt einen Schimmel habe und ich fotografiere den vor einer weißen Mauer oder vor einer weißen Wand oder im Schnee, oder im Schnee, dann kann das ein Suchbild werden. Das Gleiche wäre ein Rappe vor Schwarz. Das geht alles. Also, man kann den Schimmel vor weiß fotografieren, man kann den Rappen vor Schwarz fotografieren, wenn man weiß, was man da tut. Dann kann das auch richtig gut aussehen. Wenn man aber sagt, hey, ich fotografiere ab und zu mal oder ich bin mir da noch nicht so sicher, nehmt euch einen Hintergrund, ob der grün ist, ob der sandig ist, irgendwie sowas, der nicht die Pferdefarbe hat. Das macht es auch fürs Fokussieren für eure Kamera viel einfacher, weil die nämlich dann unterscheiden kann, was ist das Pferd und was ist der Hintergrund und was wollen wir haben und nicht, ah ja, ich nehme mal das eine weiß, jetzt nehme ich das andere, was ist Pferd, was ist Wand, keine Ahnung und dann ist natürlich, dass wir jetzt wollen, dass der Hintergrund unscharf wird und da ist der Trick, je weiter ich mit meinem Motiv vom Hintergrund weggehe, desto unschärfer wird der auch und zum anderen, da sind wir wieder bei der Blende, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, wenn ich die Blende auf einen Wert von 12, 13, 14 schließe, dann wird ja sehr, sehr viel scharf und so kann auch mein Hintergrund viel schärfer werden. Habe ich die aber relativ offen und habe dann wirklich nur mein Pferd, was scharf wird, dann wird mein Hintergrund super schön unscharf und das ist das, was das iPhone mit diesem Portrait-Modus dann wieder quasi im Handy über künstliche Intelligenz einem runterrechnet, dass es sagt, okay, wir faken diesen Effekt, der dadurch, der einfach optisch entsteht, dadurch, dass einige Sachen scharf werden und über die Lenden und die anderen nicht und das iPhone faked ist und macht quasi den Hintergrund dann so blurry und scharf und da ist wirklich der Trick, wenn man das noch optimieren möchte, ganz, ganz, ganz viel Abstand zum Hintergrund haben. Wenn ich dann nah an der Wand pappe, dann wird die mit scharf und gerade, wenn ich sage, ich habe vielleicht nicht das lichtstärkste Objektiv oder das wird nicht immer so schön scharf, dann noch mehr Abstand. Also das ist das, was sich da ganz gut bewährt hat. Da kam jetzt auch gerade eine Frage zu rein, aber ich glaube, die ist schon beantwortet mit dem, wie bekommt man den Hintergrund schön unscharf beim Fotografieren und nicht als in der Bearbeitung, aber ich glaube, das hast du jetzt eh schon beantwortet. Ich hatte sie so gelesen und versucht sie mit einzubauen. Natürlich eingebaut. Genau, da ist natürlich auf der Don't-Seite dann ein unruhiger Hintergrund. Sprich, da sind tausend Gebäude, irgendwo ist noch ein Trecker und da ist noch ein Mishaufen und vielleicht noch fünf Autos in drei verschiedenen Farben und was auch immer da noch so herumspringen kann, das wäre ungünstig. Oder ich habe im Hintergrund, wenn der noch nicht mal unruhig ist, aber ich habe im Hintergrund vielleicht ganz viele Ebenen, das heißt, erst kommt eine grüne Wiese im Hintergrund, dann kommt der Sandplatz, dann kommt der Zaun, dann kommt der Wald, hinter dem Wald kommt ein größerer Wald, hinter dem Wald kommt dann weiß ich nicht was und so hast du so verschiedene Farbabstufungen, die zwar natürlich sind, aber für unfassbar viel Unruhe sorgen und du dann siehst dann irgendwann, das Pferd zwar davor, aber hast so viele Farbverläufe im Hintergrund, dass es nicht mehr so schön aussieht und da ist dann natürlich auch das Ding, je näher ich an einem Zaun, an der Bande des Reitplatzes Pappe, desto mehr Präsenz hat das Ding wirklich weg damit. Viele Farben im Hintergrund, so schön bunt das Herbstlaub ist, ich finde es super schön, aber gerade dazu braucht man einen Riesenabstand, weil ansonsten gelb, orange, rote Blätter so viel Aufmerksamkeit haben, dass das dann auch einfach nur noch bunt aussieht, von daher, wenn ihr jetzt im Herbst die Fotos macht, nehmt auch da gut Abstand, dann wird das auch schöner und auch da vermeiden, wie gesagt, Hintergrund, die gleiche Farbe wie das Pferd, besser einfach ein Pferd auf einer grünen Wiese, es gibt keine grünen Pferde, da kann man nichts dran falsch machen. Da ist man sicher. Bei roten Pferden vor irgendwie einem schönen Herbstlauf wäre man ja auch schon wieder gefährdet und der Glamello auf dem Sandplatz könnte auch schon wieder eng werden, also grüne Wiese geht immer, ist glaube ich bei diesem Sommer gerade nur schwierig. Ja, doch, aber ein bisschen Regen gab es jetzt ja. Ein bisschen, es wird vielleicht noch wieder grüner. Genau, kommen wir zur Tageszeit, weil auch die ist wichtig, wenn ich meine Fotos machen möchte. Die beste Zeit ist für mich, wenn ich Bilder, wo ich die Pferde richtig, was heißt, neutral darstellen möchte, ich möchte jetzt keinen Sonnenuntergang, keinen Sonnenaufgang haben, wo auf einmal alles orange ist, sondern das Pferd soll ja in deren natürlicher Farbe dargestellt werden und nicht mit einem Blurry-Orange-Filter, weil dahinter ein Sonnenuntergang ist. Das möchte man bei Verkaufsbildern weniger haben, sondern mehr, dass du die Farbe gut erkennst und dir sicher bist, mein Fuchs ist ein Fuchs und der ist wirklich fuchsig und nicht braun und wird jetzt einfach nur von der Sonne angestrahlt. Von daher, das Beste wäre vormittags, wenn die Sonne aufgegangen ist, der Sonnenaufgang schon vorbei ist, aber die Sonne ist noch nicht mittags um zwölf am Himmel oder alternativ nachmittags, die Sonne ist noch nicht untergegangen, aber sie steht halt auch nicht mehr komplett hoch und dann wäre es, also das Zweite wäre bewölktes Wetter. Ohne Witz, bewölktes Wetter sorgt für eine superschöne Ausleuchtung. Ihr müsst euch keinen Gedanken machen, wo ist Licht und wo ist Schatten. In welche Richtung können wir fotografieren, weil da Licht und Schatten ist. Auf einmal kann man in alle Richtungen fotografieren und jeden Hintergrund nutzen, weil man natürlich nicht das Problem hat, Lichter und Schatten bekämpfen zu müssen. Und mit den Lichtern und Schatten kommen wir schon zu der blöden Uhrzeit, nämlich mittags um zwölf, wo wir alle dann so Augenringe bis hier haben, weil es nicht so von hier oben kommt und so einen schönen Schatten bildet und das einfach nicht schön ist und natürlich auch bei unseren Pferden Schatten bilden kann, den wir vielleicht gar nicht haben wollen. Und von daher das besser vermeiden und natürlich auch die Sonnenauf, Sonnenuntergänge, die finde ich für romantische Fotos super, super schön, aber wenn ich mein Pferd richtig darstellen möchte und der potenzielle Käufer soll sehen, welche Farbe das Pferd hat, soll wirklich genau erkennen, wie es aussieht, dann finde ich es schöner, wenn man das bei einem neutraleren Licht macht, was nicht gerade der Sonnenuntergang des Jahres ist. Der ist für andere Sachen super toll, aber für Verkaufsbilder vielleicht nicht. Genau. Was dann natürlich noch super wichtig ist, wir haben jetzt kein bewölktes Wetter, sondern die Sonne scheint so ein bisschen, dass wir mit dem Licht fotografieren. Normalerweise fotografiert man unfassbar gern gegen das Licht, dass man so einen schönen, shiny Lichtkranz um das Pferd drumherum bekommt, aber wir wollen ja, dass das Pferd strahlt, dass die Farbe toll rauskommt, dass das Fell gut aussieht, dass man erkennt, was man fotografiert und was man hinterher kaufen möchte und daher fotografiere ich gerne mit dem Licht und ja, das nennt man dann Auflicht, Gegenlicht ist da das Gegenteil, das lassen wir mal weg. Das heißt, eher mit dem Licht oder bei bewölkten Wetter fotografieren, da ist man dann auf der sicheren Seite. Kommen wir zu einer Sache, die ich immer wieder auch bei Verkaufsanzeigen sehe und mir dann so denke, so das Foto ist schön, der Hintergrund ist schön, es ist alles schön, aber warum ist die Trense falsch verschnallt? Das ist so der erste Eindruck, den man natürlich auch, wenn man gerade ein Pferd hochwertig verkaufen möchte, den man hat über so ein Foto und wenn da das Equipment blöd sitzt oder das Pferd ungepflegt aussieht oder die Hufe zu lang sind oder das Gebiss nicht passt oder der Reiter da in Turnschuhen drauf sitzt, das ist einfach ein blöder, erster Eindruck, den man ja sehr einfach vermeiden kann. Das kann man gut beeinflussen, also da ist, glaube ich, vielleicht Appell an jeden, das kann jeder hinbekommen. Und da muss es ja nicht das Turnieroutfit sein, also das sieht immer gut aus, aber es geht auch wirklich ein schlichtes Outfit, was zusammenpasst, ich glaube, jeder hat irgendwie eine dunkelbraune oder schwarze Reithose im Schrank, zieht sich ein passend farbiges Oberteil an und macht dem Pferd ein schlichtes Schabracker und weiße Bandagen oder Ähnliches drauf, schaut, dass das Ganze passt und sauber ist und gepflegt aussieht und das Pferd nicht Hufe hat, die sich schon oben aufrollen, dann ist das schon wirklich eine gute Grundvoraussetzung. Aber wenn ich da natürlich vielleicht eine Trense habe, die ist aus drei Stücken zusammengebaut, an einer Seite schon gebrochen, das Gebiss hängt an einer Seite so halb raus und das Pferd trägt in dem Outfit vier verschiedene Neonfarben, dann würde ich persönlich die Verkaufsanzeige vielleicht, auch wenn das Pferd echt schön ist, gar nicht anklicken, weil ich mir denken würde, irgendwie macht das gerade nicht so den besten Eindruck auf mich. Wie gehst du damit um, wenn der Reiter ungerecht reitet und das Pferd ständig das Maul aufgerissen hat oder zu eng läuft? Ich spreche das an und verklicke dann ganz klar. Liebe Leute, ich kann jetzt Fotos machen, aber ich garantiere euch, die werden nicht schön. Also entweder wir kriegen das in dem Moment mit dem Reiten anders hin oder das Ergebnis wird halt nicht das sein, was irgendwie zu einem positiven Verkauf führen wird. und ich denke, das ist was, was man auch ansprechen darf und sollte, weil alle sind ja daran interessiert, schöne Bilder haben zu wollen und Bilder, die zum Verkauf des Pferdes führen und da sollte jedem klar sein, dass da ein unsäglicher Reizstil mit aufgerissenen Mäulern und einem Pferd hinter der Senkrechten vielleicht nicht so von Erfolg gekrönt sein wird. Ja, da gebe ich dir recht. Man hat ja das gleiche Ziel. Und ich finde auch nicht, dass man da dann irgendwie unfair oder unfreundlich oder übergriffig ist. Ich habe es auch ganz oft, dass wenn ich gerade mit Sportreitern zusammenarbeite, dass die mich dann auch fragen und sagen, hey, aber wenn da irgendwie was absteht, irgendwas nicht passt, du sagst Bescheid. Weil manchmal, gerade wenn man vielleicht draußen auf den Platz reitet und du hast keinen Spiegel zur Kontrolle oder du hast vielleicht ein Pferd, was ein bisschen empfindlich nörglig ist, meine Schnute ist das erste Beispiel dafür, dann merkst du das vielleicht nicht direkt in dem Moment. Und vielleicht möchte man das ja auch gar nicht machen. Und hinterher auf den Fotos ärgert man sich total, wenn man dann bei jedem zweiten Foto die Schnute komplett offen hat. Oder das Pferd sich, ohne dass man es will, doch enger rollt, als man das so von oben beurteilen kann. Und von daher, ich glaube, wenn man da offen kommuniziert, macht man da nichts mit falsch. So, kommen wir mal weg von den Outfits und hin zu den Posings. Wir fangen mal an mit den Porträts. Dann steigern wir uns gleich noch über die klassischen Verkaufsbilder von der Seite und dann bei den Reitbildern. Und da ist es wie bei Passbildern, Regel Nummer eins, alles sieht besser aus, wenn es leicht schräg steht. Weil ansonsten diese klassischen Passbildfotos, da sieht niemand gut aus. Da bin ich ganz alt, dass wir schräg stehen dürfen. Ich hatte noch nie ein Postbild, auf dem ich mich wohl gefühlt habe. Nein, ich auch nicht. So ist es bei einem Pferd auch. Wenn wir ein Pferd, wie bei diesen beiden Hochformaten, gerade von vorne fotografieren, dann haben wir einen Kopf, der ist sehr lang, dann ist der Hals komplett weg, weil der Kopf ja davor ist und irgendwann kommt dann Bauch. Das sieht für Nilpferde gut aus, aber wenn wir das nicht besitzen, dann lassen wir das besser. Und daher den Hals so einen Hauch eindrehen, dass man überhaupt wieder Hals sieht und dann auch beurteilen kann, was hat mein Pferd, was ich kaufen möchte denn für einen Hals? Hat es überhaupt einen? Oder setzt der Kopf direkt auf den Rumpf an? Das ist schon mal das eine. Und das ist wirklich leichtes Eindrehen, leicht schräg gucken lassen. Das lässt alles gestreckter, besser aussehen. Und so ist es auch, wenn ich das Pferd, wie bei den beiden Querformaten hinstelle, da kann ich die so ein bisschen diagonal stellen. Das sieht immer ein bisschen besser aus, als wenn die ganz schnackgerade stehen. Und da, ich kann die zum Beispiel rumschauen lassen, wie bei diesem Querformat oben links. Der Spanier, der so ein bisschen rumschaut, der hatte auch einen schönen Hals, den konnte ich darüber super präsentieren. Und der bunte Fuchs mit der dicken Blässe da drunter, der Warmblüter, da habe ich leider, das ist echt, das ist schon sehr alt, das ist bestimmt schon neun Jahre alt, ganz in meiner Anfangszeit. Und ja, ich habe dem Tier leider eine sehr ungünstige Figur gezaubert, dadurch, dass ich dem Pferd kein Bein mehr gegeben habe. Das ist super wichtig. Und da kann ich ganz viel, wie das Pferd wahrgenommen wird, mit beeinflussen. Indem ich einfach überlege, wo schneide ich denn, wenn ich ein Porträt mache. Also schneide ich direkt unter dem Bauch und habe gar kein Bein drauf, dann macht unser Hirn uns nämlich wieder das Spiel, sonst ein Streich, weil unser Hirn gern Dinge weiterspinnt. Das sagt dann, okay, das muss ja so weitergehen, das Bild. Und dann würde für unseren Kopf das Pferd viel dicker aussehen, weil wir die Beine nicht sehen. Lassen wir aber ein bisschen Bein dran, dann sagt unser Hirn automatisch, ach, okay, da kommen Beine, die müssen ja auch weitergehen und schon wirkt das Ganze viel langbeiniger, gestreckter. Und das ist so eine Art Sanddueffekt. Weil das ist das Gleiche, wie wenn wir beim Menschen ein Porträt machen oder ein Bild machen und uns da überlegen, wo schneiden wir. Schneiden wir auf Taille, dann geht der Mensch so weiter, für die Menschen, die eine Taille haben, die würden dann auch eher so nach unten weitergehen und dadurch schlanker aussehen, als würdest du den gleichen Mensch auf Hüfte schneiden und die würden eher so weitergehen, dann wirken die automatisch breiter und das ist halt bei Pferden auch leider so. Daher ein bisschen mehr Bein stehen lassen und das Tier sieht schlanker aus. Und wenn man allgemein schon so mobsige Kandidaten hat, dann noch mehr Bein. Mehr Bein ist immer gut. Genau, da kommt auch gerade passend zu den Porträts eine Frage, welche Einstellung braucht man, um so Porträts hinzubekommen? Gibt es da auch so ein paar Standard-Einstellungen? Tatsächlich ändert sich in den Kameraeinstellungen gar nicht so viel. Ich habe natürlich den Vorteil, dadurch, dass sich mein Pferd weniger bewegt, dass ich vielleicht nicht unbedingt die 1.000 Sekunde brauche. Ich kann die aber auch nutzen. Da spricht gar nichts gegen. Aber wenn ich jetzt natürlich sowieso schon vielleicht das Problem habe, es ist ein bisschen dunkel und die 1.000 Sekunde, ich kann die nicht halten. 4.000 Sekunde, 5.000 Sekunde ist super und dafür kriegt man auch wirklich jede Bewegung, auch wenn die mal mit einem Ohr wackeln und den Kopf rumdrehen. Das wird dann immer noch scharf. Ich kann bei meiner Blende immer noch dabei bleiben. Da ändert sich auch nichts dran. Die ISO-Einstellungen, wie gesagt, das ist ja unser notwendiges Übel. Die passen wir so an, damit sie gerade ausreichen, aber ziehen wir nicht bis in den Himmel. Und ansonsten würde ich da eigentlich gar nichts dran verändern. Okay, dann ist die Frage auch schon beantwortet. Dann können wir weiter sprinten, weil ich sehe schon, es ist gleich schon 8. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen galoppieren. Okay, galoppieren wir weiter. Hier ist das Ganze nochmal. Wir sehen auf der linken Seite, die beiden, die stehen beide ein bisschen schräg, haben den Hals rüber, haben darüber einen schönen, geformten Hals und bei dem Pferd auf der rechten, das hat zwar einen schönen Hals und einen superschönen Kopf, aber da ist zu viel Bauch drauf. Folglich wirkt der Hals automatisch kürzer und solche Sachen, da kann man so viel dran machen, wie man das Pferd darstellt, ob der Hals kürzer wirken soll oder nicht. Er hätte länger gewirkt, wenn ich das Pferd ein bisschen schräger gedreht hätte. Daher immer alles schräg, dann ist schöner. Und jetzt kommen wir zu den klassischen Seitenbildern. Die sind relativ leicht zu erklären. Was man sehen möchte, ist natürlich, dass ich alle vier Beine auf einen Blick sehe, dass die aber nicht so entlang gezogen sind, sondern das Pferd immer noch relativ kompakt steht und nicht so ein Bein hinten raus hängt. Genau, da möchte man natürlich einen aufmerksamen Blick. Das soll den Hals schön tragen und nicht in den Himmel recken, wie auf der linken Seite. Das soll den Schweifen locker halten und das Rechte ist recht gelungen. Bei dem linken, da war das Tier noch ein bisschen, es ist übrigens das gleiche Pferd und das sieht, ich finde, komplett anders aus. das habe ich auch eben gedacht. Also zwischen den Bildern liegen original drei Minuten und eine Via-App, die dem Pferd doch zu gruselig war. Und das gleiche sehen wir hier auch nochmal. Der Schimmel, der hat das echt gut gemacht. Der hat sich da hingestellt und gesagt, hallo, hier bin ich. Und er auf der linken Seite ist übrigens das gleiche Pferd, was wir vorher gesehen haben. Er hat sich schräg gestellt. Da ist wirklich der Moment, wo wir die Pferde komplett gerade stellen, damit es korrekt aussieht und hat dann den Kopf hochgerissen und gesagt, oh mein Gott. Und so stand er dann auch da. Und auf einmal hatten wir gar nicht mehr so einen schönen, man sieht gar keine Garnasche mehr. Es ist ein Kopf, der irgendwie auf dem Hals dran gepackt ist, wie so eine Giraffe. Nicht so schön. Das gleiche hier nochmal. Auch da sieht man, was der Hals und die Kopfform alles, ja, beeinflussen kann. Da ist es schön, darauf zu achten, dass sie einen schönen Hals machen, dass es aber natürlich aussieht und nicht wie bei dem Schimmel in der Mitte, der noch so ein bisschen mit dem Genick rumschaut und sich sagt, ich gucke mal, aber so richtig will ich doch nicht und dadurch so einen komischen Knick in den Hals bekommt. Oder eben ganz gerade, wo man dann auch sieht, es sieht aus wie so eine Giraffe, der Hals wirkt irre lang. Von daher auch da ein bisschen schräger stellen, schön rüberschauen lassen. Wenn man die Richtung Stall schauen lässt, dann hat man da auch schon mal die halbe Miete. Es macht keinen Sinn, gegen ein Pferd anzufotografieren, was partout nicht in die Richtung schauen möchte. Also eher die Richtung wählen, wo das Tier auch von sich aus hingucken würde. Dann wurde ich gefragt, ich hatte bei Instagram gefragt, was so für Fragen, worauf ich eingehen sollte und da kam dann die Frage, wie mache ich das, wenn das Pferd vielleicht ein bisschen blöd gebaut ist. Ich habe da mal so ein paar Sachen zusammengetragen, aber wie gesagt, was ich ganz, ganz schrecklich finde, wenn Photoshop nachgeholfen wird. Da tut man sich, dem Käufer und auch man sich selber als Verkäufer keinen Gefallen mit, weil man will das Pferd ja verkaufen und der Käufer möchte ja einen realistischen Blick davon haben. Und wenn ich das Pferd mir jetzt zurechtbaue, bis es aussieht wie ein Barbie-Pferd und dann kommt jemand, hat sich in das Pferd verliebt, sagt, möchte ich haben und erkennt es im Stall nicht wieder. Ungünstig. Da hat man auch nichts gewonnen. Nee, nee. Außer, dass alle dann enttäuscht sind und irgendwer 400 Kilometer umsonst gefahren ist, ist nichts passiert. Von daher, Kleinigkeiten gar kein Problem. Also wenn ich ein Pferd habe, was überbaut ist, dann kann ich das auch da einen Hauch schräger stellen, weil das ist dann wirklich so 10 Grad schräger und nicht 90 Grad Winkel. Oder wenn ich ein Pferd habe, was den Halsansatz sehr tief hat, dann kann ich schauen, ob der sich so ein bisschen mehr aufwölben möchte. Auch bei einem Senkrücken einen Hauch schräger stellen. Das sind so Kleinigkeiten, da kann ich schon viel mit machen. Habe ich einen kurzen Hals? Nicht anfangen, das Pferd wild rumgucken zu lassen. Das wird noch kürzer. Habe ich ein Pferd mit einem langen Hals, kann ich das wiederum nutzen, damit das eben nicht aussieht, als wäre der Hals wirklich vier Kilometer lang. Ah, da kam eine Frage. Wie würdest du ein Pferd mit einem sehr hohen Widerriff positionieren? Ich versuche es mir gerade vorzustellen, wie ich es machen würde. Vielleicht auch da ein bisschen schräger. Also minimal schräg ist für alles die Lösung und da tut man nicht viel und es ist ja trotzdem da. Also man kann es ja nicht wegfotografieren, aber so kann man es vielleicht ein bisschen vorteilhafter machen. Ein bisschen geschichter. Dann wurde gefragt, wie macht man das mit unruhigen Pferden? Zum einen ein ruhiges Pferd dazunehmen, schauen, dass man viel in Bewegung macht, dann mal stehen bleibt, vielleicht 30 Sekunden steht, dann schon wieder mit dem Pferd weitergeht, dass man gar nicht so zehn Minuten am Stück das arme Pferd muss stehen hat, sondern das lockert und immer wieder an die Stelle geht, das hinstellt und dann direkt wieder weitergeht. Und das natürlich in bekannter Umgebung, dass da gar nicht so viel Drama aufkommt. Und ich kann mein Pferd mit verschiedensten Dingen animieren. Ich habe da mal ein bisschen was runtergeschrieben. Mein Tipp ist die 150-Tier-Stimmen-App. Das geht immer. Wir hatten mal einfach, dass das andere Pferd reagiert. Tatsächlich, die Via-App ist so das Letzte, was man nutzt, weil es einige Pferde gibt, die da völlig panisch mit werden. Also von daher lieber irgendwie Tiger, Löwe oder sonst irgendwas abspielen. Das geht ganz gut. Und ansonsten ein anderes Pferd daneben tun. Das klappt immer. Schwierige Fellfarben war auch ein Thema. Da macht man es sich bei Bewölkung einfacher. Also wenn ich keine Lichter und Schatten da habe, sondern alles bewölkt ist, dann habe ich gerade bei Schecken, die ja wirklich einen hohen Kontrast in sich tragen, das ist viel einfacher. Und auch da, ich nehme einen ruhigen Hintergrund, dann ist auch da schon mal Ruhe und dann kann das Pferd auch ein bisschen bunter sein. Zum Fokus hatte ich eben schon mal was gesagt. Bei Bildern in Bewegung schaue ich, dass ich den Fokus, wenn das Pferd gerade, also das quer an mir vorbeitrabt, galoppiert, dass ich den da ungefähr auf Hals, Schulter packe. Das ist immer was Gutes. Ich brauche eine große Fläche. Da versuche ich nicht, das Auge zu treffen. Das wäre sehr ambitioniert. Also wer das schafft, Respekt, aber ich schaffe es nicht. und ich schaue, dass ich eine Fläche nehme, die auf der gleichen Ebene ist. Das heißt, mein Pferdeauge ist ja genauso weit von mir entfernt, wie die Schulter vom Pferd in dem Moment, wenn es quer an mir vorbeigaloppiert. Und dann kann ich das ganz gut machen. Ich kann, wenn das Pferd auch vielleicht eine bunte Schabracke trägt oder ein Logo irgendwo drauf ist, das fällt den Kameras manchmal leichter, wenn da so ein Kontrast ist von einer Bestickung oder sowas oder das Pferd hat eine helle Mähne, sich daran festzupappen. Das kann ich auch nutzen. Und ich schaue, dass ich genug Platz lasse, damit mein Pferd nicht aus dem Foto rausgaloppiert, den Fokuspunkt mittigt und dann habe ich da schon echt viel mit erreicht. Denn genau das ist das Thema Bildaufbau. Wie mache ich das, dass das gut aussieht und nicht das Pferd an einer Ecke klebt? Zum einen mittig den Fokuspunkt und dann schaue ich, dass ich wirklich Platz lasse in die Bewegung, in die sich das Pferd hinbewegt. Weil ansonsten haben wir das Problem, das Bild endet hier und mein Pferd galoppiert so raus. Und irgendwann fragt man sich, wo will es hin? Und von daher, da immer so ein bisschen, mindestens ein Drittel des Bildes Platz lassen, dann hat man da schon richtig viel gewonnen. Das sieht man dann hier nochmal, das sind beides mal die gleichen Bilder. Einmal nachträglich ziemlich eng geschnitten und man merkt irgendwie, das sieht blöd aus. Man hat das Gefühl, das Pferd läuft aus dem Bild raus. Und wenn ich dem aber so ein bisschen in der Platz lasse, dann sieht es eigentlich ganz gut aus. Hat eine andere Wirkung auch sofort, finde ich. Absolut. Genau. Bildaufbau ist das Nächste. Ich kann ein Hochformat machen, ich kann ein Querformat machen. Hängt davon ab, welche Lektion beim Brusturreifen zum Beispiel mein Bild denn mehr füllt. Also zum Beispiel Sachen, die gestreckt auf mich zukommen. Eine Traversale. Vielleicht ein Halten, was ich von vorne fotografiere. Alles, was frontal irgendwie sich bewegt, das nehme ich als Hochformat, weil es ja auch in sich viel gestreckter ist. Aber Sachen, die mehr Platz brauchen, sprich eine Trabverstärkung, fliegende Wechsel, die in der Diagonale so quer mehr vorbeikommen. Oder vielleicht auch eine Pirouette, wenn das Pferd schön rumdreht. Das kann ich super als Querformat nehmen, um diese Bewegung, gerade wenn die ein bisschen größer ist, auch richtig darzustellen und nicht in ein Hochformat quetschen zu müssen. Oh, wie schön. Dann haben wir das Bild direkt noch einmal. Genau. Da ist super wichtig, ich mache mir einen Plan vorher und den spreche ich mit dem Reiter, den ich fotografiere, auch ab. Je genauer ich weiß, wo der hinreitet und dem sagen kann, hey, da ist der Hintergrund schön, bitte reite mehr in der Richtung, desto schneller habe ich die Fotos. Und da schaue ich, dass ich gerade, wenn ich Bilder zum Beispiel in der Reithalle mache, immer sage, komm von der Bande weg, komm vom Zaun weg, reite lieber einen Mittelzirkel oder eine Diagonale. Alles, was irgendwie Diagonale, Mittelzirkel, Schlanglinien sich befindet, also in die Mitte der Halle und weg von der Wand, ist immer schöner vom Licht, davon, dass wir auch den Hintergrund unschärfer bekommen und da haben wir schon echt die halbe Mitte mit, dadurch, dass wir die Leute nur ein bisschen mittiger reiten lassen. Genau. Die Grundlage des Ganzen ist natürlich üben, 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 vielleicht mal auf ein Turnier fahren und da einfach eine Prüfung mal mit fotografieren, irgendwann weiß man ja, wo die her reiten und dann kann man wirklich ohne Druck, ohne dass jemand hinterher das Foto braucht, üben, so lange, bis man trifft und sich da sicher ist und auch ein Gefühl dafür hat. Bei Bewegung ist es eigentlich ganz einfach, wenn ich mir unsicher bin, welcher Ablauf der schönste ist, welche Phase, alles, was nach oben geht, ist erstmal cool. Und alles, wo man das Gefühl hat, die Bewegung geht so bergab, die will kein Reiter sehen. Bei Westernreitern weiß ich es nicht, da habe ich keine Ahnung, aber alles, was im englischen Sport unterwegs ist, auf gar keinen Fall. Das heißt, wenn man das Gefühl hat, die Bewegung wird größer nach oben, super, draufhalten, die Bewegung geht irgendwie in den Boden rein, nein, das machen wir nicht. Was man dann sehen möchte, in den Schraub, da sollen die Beine eigentlich zum Fotografen hin offen sein. Das heißt, dass ich alle vier Beine gut sehe und das Bein, was zum Fotografen zeigt, dass das in dem Moment nach vorne geht. Und da lockt das gleiche Spiel und im Schritt, da möchte ich eigentlich sehen, dass die Hinterhand so weit unter den Körper drunter fußt, wie möglich und das Pferd darüber genau einen schönen Ablauf hat. Und da ist es auch wirklich sinnvoll, sich vielleicht mal ein Derbuch anzuschauen oder sich Videos dazu anzuschauen, gute Fotos von Sportfotografen, was da das Korrekte ist und das einfach zu üben. Genau, hier sieht man es nochmal, das wäre so die perfekte Schrittphase. Da haben wir das Ganze nochmal im Trab und dann nochmal im Galopp. Also man sieht eigentlich immer, es ist immer die Bergaufbewegung, die man haben möchte und weniger das Bergab. Kommen wir zu den Springpferden. Ich glaube, eben war auch irgendwo eine Springpferdefrage. Ja, ich glaube, das war mit dem Sportmodus über dem Sprung. Ja, stimmt, genau. Da ist auch das Ding, gerade wenn ich das Pferd verkaufen möchte, macht es natürlich Sinn, dass man möglichst viel von der Sprungqualität des Pferdes auch sieht, wie der Ablauf des Pferdes ist. Und da macht es dann mehr Sinn, dass man die eher quer hat, eher schräg hat, sodass man es gut beurteilen kann. Auch da für die Kamera macht es Sinn, vorher schon, wenn der Sprung anreitet, das schon mit zu fokussieren, da greift dann unser Continuous-Modus und sagt, okay, das Pferd bewegt, das Pferd bewegt, das Pferd springt. Weil wenn ich erst, wenn der Sprung schon da ist und das Pferd schon abgesprungen ist, dann auf die Idee komme, da noch zu fokussieren, keine Chance, das geht schief. Dann ist es weg. Genau, dann Chance vertan, nächstes Mal. Und ich muss mir natürlich immer im Bildaufbau überlegen, hey, wie hoch wird denn mein Pferd wohl springen? Und das auch mit einrechnen. Das ist was, was mir anfangs ganz oft passiert ist. Ich habe das so abgeschätzt und mir gedacht, da ist der Sprung, zoome ich mal ein bisschen näher ran. Und dann sind die gesprungen und ich habe dem armen Mann immer den Kopf abgesägt, weil ich einfach nicht eingerechnet habe, dass der ja auch noch mit drauf sitzt. Da war doch was, ja. Da war ja was, richtig. Den Fokus setze ich da auch wieder mittig, kann ihn vielleicht einen Hauch weiter nach oben schieben, einfach um meinen Reiter auch mit einzubeziehen. Und da macht es Sinn, gerade wenn man einen Parcours fotografiert, gar nicht alle Sprünge mitzunehmen, sondern die zwei, wo man sagt, die stehen für mich am besten und da sich drauf zu konzentrieren, dann werden die Fotos nämlich qualitativ viel schöner und viel ordentlicher, als wenn ich ganz gehetzt versuche, alles zu fokussieren. Das klappt im selben Fall. Und für alle, die jetzt das Pferd verkaufen wollen und sich denken, welcher Sprung sieht jetzt am besten aus? Ein schön gebauter Ochser, wo sich das Pferd ein bisschen streckt, ein bisschen runder macht, ist immer schöner als ein Steil. Und ja, ich denke, da präsentiert sich gerade das Springpferd eigentlich am besten. Und jetzt kommen wir nochmal zu so Gänge optimieren, ohne Photoshop, denken wir wieder an unsere Perspektiven. Wenn ich ein kleines Pferd größer machen will, kann ich mich ein bisschen kleiner machen, klappt auch in Bewegung, dann sieht die Bewegung vielleicht auch ein bisschen größer aus. Möchte ich ein großes Pferd, was 1,95 Meter groß ist und das sieht einfach aus wie ein Elch und das soll vielleicht eher wie 1,80 Meter aussehen, dann kann ich mich selber vielleicht auf einen Hocker stellen oder im Stehen fotografieren und darüber sieht das Pferd ein bisschen proportionaler aus und man hat nicht direkt das Gefühl, man wird von dem armen Tier erschlagen. Das Gleiche ist auch, mache ich ein Hochformat oder ein Querformat. Also fotografiere ich das Ganze hoch, strecke ich das Pferd, weil der ganze Bildformat ja schon hoch ist, mache ich das Ganze quer, dann ist das Bild eher gestaubt, das heißt, große Pferde eher quer fotografieren, kleine Pferde eher hoch fotografieren, dann passt das schon und natürlich die Bewegung, ich kann auch, wenn ich so ein bisschen schräg wieder fotografiere, schräg ist für alles die Lösung, wirkt auch eine Bewegung, ein Hauch größer und vielleicht ein bisschen dynamischer, als sie in echt ist. Also man verfälscht ja nichts, man hat nur eine leicht andere Perspektive und darüber kann eine Bewegung vielleicht attraktiver aussehen. Die Halle war noch ein Thema, auch da, so viel Licht anmachen wie möglich, Blende so weit aufmachen, aufmachen wie möglich, alles mitnehmen, was geht, Zeit, man kann es auch mit einer 800 Sekunde machen, einfach damit man überhaupt noch ein bisschen Licht hat und ISO so hoch wie nötig, aber auch nicht übertreiben und dann, ich habe es eben schon gesagt, schauen, wo ist es am hellsten in der Halle, wo muss mein Reiter hinreiten, damit da schön viel Licht ist und dann natürlich von der Wand wegholen, weil so eine Wand meist ja dunkel ist oder zumindest dunkler und da, im seltensten Fall, wenn der Herr beleuchtet, also alles in die Mitte holen, dann wird der Hintergrund auch schön unscharf und dann kann man da echt was Schönes draus machen und dann gelingen auch Hallenbilder. Genau, da gab es die Frage, ob es so eine Standardeinstellung dafür gibt, aber. Ja, die 800 Sekunde oder 1000 Sekunde ansonsten, Blende so weit aufreißen wie möglich, alles was man an Lichtquelle hat, reinlassen und das Beste hoffen. Okay. Nee, also wirklich die Leute von der Wand wegholen und sich vorher überlegen, wo ist mein Punkt in der Halle, wo es am hellsten ist, den exzessiv nutzen. Das ist glaube ich so, die halbe Miete. Vorhin war auch noch eine Frage bei Instagram, da geht es wirklich darum, ich nehme mir Ruhe und Geduld und das Wichtigste ist, hat man vorhin schon getrunken, ist es müde, möchte eigentlich gerade schlafen, hat gar keinen Bock auf Fotos. Das muss vorher natürlich alles passieren, damit das Foto zu dem Fototermin on fire da ist und da ist und Bock hat und sich bewegen möchte und nicht schlurr widersteht und sagt, oh Mama, ich möchte das eigentlich trinken, was soll die Alte da, ich habe gar keinen Bock. Das ist dann blöd und daher so kurz wie möglich halten, lieber 10, 15 Minuten schauen, dass man dann die Bilder hat und dann den Fohlen wieder Ruhe gönnen und wenn man dann seine Fotos nicht hat, dann muss man eine Stunde warten und es dann nochmal versuchen und auch da der optimale Zeitraum für so ein Fohlen zum Fotografieren, man sagt immer, die sind schön mit drei Tagen, mit drei Wochen, ab drei Monaten wird es kritisch und dann kann man sie bei drei Jahren als sind wieder angucken. Das kenne ich auch. Wenn die so drei bis vier Wochen alt sind, bevor die dann anfangen, ihr Fohlenfeld zu verlieren und einfach nur noch aussehen wie gerupfte Hühner, da ist der beste Moment, um die zu fotografieren. Freunde von mir, die sagen mal bei den ganz Jungen so, ah ne, diesen Klappspaten, das können wir noch nicht fotografieren, kommen zwei Wochen wieder und daher so drei bis dreieinhalb Wochen, das geht ganz gut. Ja, wenn so ein bisschen was dran ist. Genau, wenn sie nicht mehr ganz so spillerig aussehen. Ja. Genau, dann sind wir nämlich gleich auch durch. Ich habe versucht, doch ein bisschen schneller zu reden. Ja, ich habe gepasst. Dann können wir uns noch gleich ein paar Inserate angucken und die meisten Fragen haben wir einfach parallel beantwortet. Von daher war das, glaube ich, ganz gut. Genau. Kommen wir noch zu den Pferden, die vielleicht noch nicht unterm Sattel sind und aber trotzdem ein Foto brauchen. Da haben wir zwei Varianten. Zum einen Freilaufbilder, zum anderen Fotos an der Longe. Wir fangen mal an mit den Freilaufbildern. Ich bin nämlich gar kein Fan davon, Pferde wild über die Wiese zu scheuchen. Da kriege ich so einen Hals bei, weil ich finde, das ist vermeidbar und es ist easy vermeidbar. Und man kann den Pferden auch einfach das ein bisschen schmackhaft machen und dann ist man auch viel schneller und ohne Stress und ohne doofes wir rennen über die Wiese davon ab. Das Erste ist, ich brauche jetzt ein bis zwei Helfer und ein bisschen Futter. Und dann überlege ich mir, auf welcher Wiese mache ich das? Ich nehme vielleicht nicht die größte Wiese, wo ich dann vier Kilometer spazieren gehen kann, um mein Pferd wieder einen zu sammeln, sondern eher eine, die übersichtlich ist. Dann nehme ich natürlich auch keine, wo das Gras schon total tot ist, weil das sieht auf Fotos dann auch blöd aus, aber auch nicht, wo das Gras bis über den Bauch wächst und man das Pferd eigentlich nicht mehr erkennt. Die waren ja wieder weg. Auch blöd. Von daher, wir haben das perfekte Gras, wir haben die perfekte Wiese gefunden, die ist auch sicher eingezäunt und nicht nur mit zwei Litzen an der Hauptstraße und hat einen hübschen Hintergrund. Super Sache, das nehmen wir und das Licht, das passt jetzt auch noch und dann, dann fangen wir an. Wie machen wir das? Als erstes, wir gehen mal mit dem Pferd auf die Wiese und überlegen uns, in welche Richtung möchten wir fotografieren und in welche Richtung möchte das Pferd? Weil ohne den Partner Pferd läuft ja erstmal gar nichts. Wenn die nicht mitspielen, dann können wir das lange versuchen und meistens wollen die Pferde ja Richtung Stall laufen. Das heißt, unsere Richtung ist schon mal irgendwie Richtung Ausgang, Richtung Stall und da setzen wir unser Ziel mit einem Futtereimer. Das Pferd kennt den Futtereimer oder die Futterschüssel und weiß ganz genau, geil, da ist mein Futter und da muss ich hin. Und jetzt gehen wir mit dem Pferd von unserem Startpunkt, wir wollen nämlich, dass das Pferd diagonal über die Wiese läuft, damit wir wieder weg vom Zaun sind, weil Pferde am Zaun pappen, das ist blöd, also diagonal. Und jetzt gehen wir mit dem Pferd an der Hand im Schritt und Schaub fünf, sechs, sieben Mal einfach mal diesen Weg ab, wo das herlaufen soll. Und jedes Mal, wenn wir an einem Ziel ankommen, kriegt es was. Naja, und dann müssen wir eigentlich beim siebten oder achten Mal irgendwann nur noch den Führstrick lösen oder das Halfter ausziehen und vielleicht noch einmal mit der Longierpeitsche sagen und lauf. Und dann wird das Pferd, wenn es nicht ganz blöde ist, also zu 90 Prozent klappt das. Das Ziel ist dann recht klar, ja. Ganz schnell Richtung Futter einmal tapern und wenn ich dann einmal mit der Longierpeitsche sage und lauf, dann galoppieren die da auch hin und das wiederhole ich drei, vier, fünf Mal und dann habe ich mein Foto. Und das ist für das Pferd entspannt. Das hat vielleicht noch Spaß dabei, weil es sagt, na gut, ich kenne meine Aufgabe, ich muss hier nicht wild rumlaufen, ich laufe zu meinem Futter und kriege eine Belohnung, super Sache, das ist ja einfach verdientes Geld heute und ich kann natürlich auch steuern, welchen Hintergrund habe ich, wo läuft das Pferd her, wie soll mein Bild aussehen. Ich kann mir vorher überlegen, hat es eine Schokoladenseite, sollten wir in die Richtung shooten, möchte ich die Mähne mit drauf haben. All sowas kann ich vorher planen und muss da nicht eine halbe Stunde hocken, hinter dem Tier herlaufen und alle in wilde Panik versetzen. Und so, also ich mache meine Freilaufbilder meist in 15 Minuten und davon gehen 10 Minuten für Vorbereitung drauf und 5 Minuten hin und her laufen, fertig. Also, das ist easy going. Und dann kann ich natürlich auch noch ein Pferd longieren, wenn ich entweder keine Location finde, die eingezäunt ist, wo ich es losmachen könnte, so, oder, wenn ich irgendwie eine ganz besondere Location möchte und wir haben das mal am Strand gemacht, weil wir da nicht einzäunen konnten, da ist ganz wichtig, dass ich das Ganze groß longiere. Also nicht die kleine Wolte, auch nicht der kleine Zirkel, sondern eher so oval und das sieht man bei dem oberen Bild ganz gut, da ist es gut geworden, da sieht es auch natürlich aus, das Pferd bewegt sich relativ gerade. Bei dem unteren Bild meiner Schmute, die hat gesagt, okay, Rodeo und sich nur noch so in sehr kleinen Kreisen bewegt und da sieht man natürlich, dass die immer so eine Biegung hat und dass die da, man sieht, die ist longieren, ich habe das halbere kritischiert, natürlich, ist aber für ein Verkaufsbild blöd, weil ich so viel weniger gut beurteilen kann, was für eine Bewegung hat es, weil das Tier ja immer gedreht ist und immer in so einer Drehbewegung ist und wenn ich das dann auch blöd mache und ganz klein longiere und das Pferd kann das von der Balance noch nicht halten, dann habe ich es auch zentrifugiert und du siehst so richtig, wie das Tier einfach nur kippt, das sieht nirgends gut aus, von daher große Ovale und dann immer versuchen, da wo es ein bisschen gerade aussieht, da zu fotografieren, den Rest kann man sich total sparen, das sind dann pro Runde immer so acht Meter und dann kann man da auch da schöne Fotos machen und ein Pferd korrekt darstellen, ohne das irgendwo losmassen zu müssen. Ja, und das wäre dann die perfekte Verkaufsanzeige. Wir haben ein seitliches Bild im Stand, wir haben ein Porträt vom Kopf, wir haben Bilder in Bewegung, man könnte noch ein Bild über den Sprung dazu packen oder alternativ könnte man auch noch schauen, ob man Bilder im Umgang hat, gerade wenn ich es als Freizeitpferd verkaufen möchte, wäre für mich interessant, hey, war das mal auf einem Turnier, vielleicht ein nettes Turnierbild beim Ausreiten, geht es ins Wasser, kann das irgendwelche Bodenarbeitsgeschichten, wie ist das mit Kindern, also was könnte man da auch noch reinpacken, das wäre ein nettes Add-on, aber die Bilder, die man jetzt sieht, das wären so die, die entscheidend wären und wenn die gut sind, dann ist das echt schon die halbe Miete. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist einfach der erste Eindruck und wir alle gucken uns die Bilder an, also das ist ja, man liest ja nichts als erstes den Text. Genau, das wäre es dann auch, ich habe, glaube ich, jetzt genug geredet und aber es war super spannend, von daher war das super. Ich würde es aber sagen, also wir haben ja noch zehn Minuten, ich glaube ein paar Minuten, wenn wir da überziehen, macht das nichts. Wir haben jetzt schon ein paar Anzeigen, ich glaube nicht, dass wir die komplett durchgehen können, aber vielleicht können wir uns ja zumindest zwei, drei Anzeigen angucken und ja, du schaust mal drüber, was gut ist, ob man vielleicht noch was verbessern kann und ja, wir schauen einfach mal gemeinsam rein. Genau, das machen wir so. Dann hätten wir hier die erste Anzeige. Einmal der braune hier. Soll ich es einfach kommentieren oder? Ja, das will ich jetzt gerade nicht laden, aber ich glaube, so reicht es auch genau. Ich würde gerade sagen, vielleicht können wir es auch mal kurz kommentieren, weil zwei, drei, vier, fünf Anzeigen mehr haben wir schon noch. Okay, wunderbar. Also, der erste Eindruck würde ich sagen, ist gut. Ich erkenne das Pferd, was ein bisschen schade ist, dass das Pferd so einen Hauch wegsteht oder was heißt, so einen Hauch wegschaut vom Fotografen. Es wäre natürlich schöner, wenn ich auch den Kopf mehr sehen würde, aber das steht gut. Vorne vielleicht ein bisschen geschlossen, da könnte es schöner sein, wenn ich das hintere Vorderbein ein bisschen mehr sehe, aber alles im Rahmen. Ich kann das Pferd so gut beurteilen, würde ich sagen, als Standbild. Auch ein ruhiger Hintergrund, alles gut. Ja, genau. Ein Bild vom Kopf haben wir noch. Ja, es ist ein Kopfbild, man erkennt den Kopf. Es wäre natürlich schöner, wenn wir auch ein bisschen mehr Hals drauf hätten. So sieht es ein bisschen wickrig aus und ich glaube, das Pferd hat eigentlich einen schönen Hals, aber der kommt leider gar nicht rüber und der Kopf ist sehr, sehr präsent. Da wäre es schöner, wenn da die Proportion so ein bisschen schicker wäre. Ja, genau. Das mit dem Weggucken habe ich auch gedacht. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber als du das eben alles erklärt hast, findet man ja doch dann so ein paar Optimierungspunkte. Wenn man einmal ein Auge dafür entwickelt. Ja, aber was ja, jetzt geht das los, dass man jede Anzeige noch mehr kennt. Genau. Dann springen wir mal weiter zum deutschen Reitpony. Ja, wir haben ein Turnierfoto. Genau, warte. Soll ich die Fotos einmal durchgehen? Das ist vielleicht am einfachsten. Genau, noch ein Turnierfoto. Genau. Muss man mal schauen, wo ich anfange zu quatschen. Ich wollte gerade sagen, ich gebe einfach einmal alle durch und dann können wir vielleicht einmal vorne anfangen. Okay, so machen wir es. Genau, und hier nochmal einmal. Genau, aber so, das ist jetzt ja erst mal das erste Bild. Genau, das erste Bild finde ich gelungen. Also ich erkenne das Pferd gut. Es ist ein bisschen hinter der senkrechten. Vielleicht ist es noch ein junges Pferd. Von der Phase, das passt. Ist ja frei, ja. Okay, man hat ein bisschen das Gefühl, dass es so ein bisschen gerade bergab läuft. Das heißt, bergab ist übertrieben. Aber das ist so ein bisschen kippt, als würde die Reiterin ein bisschen sehr auf der Schulter hocken. Ansonsten, ich erkenne das Pferd gut und der Hintergrund passt. Da würde ich jetzt nichts dran meckern. Genau, dann geht es mit dem Galoppbild weiter. Genau, da auch Phase getroffen, Hintergrund ein bisschen unruhig. Also da hätte man gucken müssen, aber vielleicht ein besseres, das nicht gerade die BZ-Garnitur zeigt. und der Sporn im Pferd, auch nicht so das Optimum. Aber ansonsten würde ich sagen, das passt. Von der Bewegung glaube ich gut, ja. Ja, von der Bewegung, das passt schon. Genau. Das finde ich super, das Bild. Da sieht man viel mehr Galoppade. Das sieht auch weniger festgehalten aus, als bei dem anderen vorher. Und zum Hintergrund her, super. Also das wäre das Bild, was mich echt ansprechen würde. Tipptopp. Würdest du das dann zum Beispiel eher weiter vorne sehen, oder? Ich glaube ja, weil ich das, also ich finde, das Pferd sieht fertiger aus und qualitativ auch von der Bewegung besser, als bei diesem festgehaltenen Turniergaloppbild. Da fand ich es von dem Durchsprung und allem nicht ganz so schön. Ja, das ist mir auch aufgefallen, genau. Genau, Kopfbild haben wir auch. Genau, da hätte man ein bisschen mehr Halswiderriss dran lassen können und allgemein auch da so ein bisschen mehr nach unten, also ein bisschen mehr Bein vielleicht, dass man auch sieht, wo das Pferd hinschaut, dass es einfach im Gesamten ein bisschen schicker wirkt, weil ich erkenne den Kopf, ich erkenne auch die Halsung, aber es wäre halt schön, wenn ich den Halsansatz noch so ein bisschen besser erkennen würde. Genau, das würde ich unter Turnier-Schnappschuss verbuchen und fällt in die Kategorie nettes Pferd, was alles mitmacht. Finde ich auch sympathisch, wollte ich gerade sagen. Noch ein weiteres Kappel, Bild. Ich finde es fast besser als das andere. Die Reiterin ist zwar ein bisschen mit dem Schenkel dahinter, aber ich finde es, bei dem anderen Bild hatte ich mehr das Gefühl, dass das Pferd bergab läuft. Hier sieht es irgendwie lockerer aus. Bisschen größere Bewegung, ja. Ja, mich stört halt wirklich, dass ich das Gefühl habe, die Reiterin hockt mit dem Sattel so ein bisschen auf der Schulter. Aber das ist, na gut, das ist eine andere Baustelle. Ja. Nur bildtechnisch würde ich sagen, ansonsten passt das. Ich erkenne die Bewegung gut, alles gut. Genau. Finde ich vom Ablauf her alles gut, nur der Hintergrund, klar, das ist halt nicht so optimal. Ja. Aber ansonsten ansprechendes Bild, ja. Genau, nochmal ein Standbild. Genau, da würde mich jetzt dieses Haus irgendwie schon stören. Und hier würde ich echt drauf achten, dass das Pferd doch ein bisschen mehr Bein bekommt, dass man dann nicht so schnack unter der Schulter abschneidet, dann wird das Ganze noch ein bisschen gestreckter, schicker aussehen. Und ein letztes Bild. Genau, ich glaube, das sieht nach Handybild und wir waren relativ nah dran aus. Da wäre ich doch... Da merkt man auch wirklich jetzt einen Unterschied, so wenn man einmal alle Bilder durchguckt, ne? Ja, Wahnsinn. Also da haben sich die Proportionen echt verändert und hier steht es natürlich hinten nicht so gut und der Hals wirkt irgendwie unproportional lang. Also das finde ich jetzt nicht ganz so gelungen, da waren die anderen doch bedeutend besser. Ja. Gut, dann gehen wir einmal weiter. Da haben wir diesen Wallach noch. So, vom ersten Bild, was sagst du? So Schwarz-Weiß-Bilder, die erinnern mich immer an Traueranzeigen. Ich denke mal, jedes Mal das Pferd ist gestorben. Oh Gott. Aber vom Götter, ich glaube, wenn es in Farbe wäre, richtig schön, richtig ansprechend. Ja. Genau, wir können mal weitergehen, dass es ein bisschen fröhlicher wird. Genau, wir sehen einen erfolgreichen Turnierschnappschuss. Finde ich gut, ansprechend. Von den Bildern mit der Decke, gut, ich sehe, dass die auch irgendwo mal erfolgreich waren, aber spricht mich jetzt nicht körpertechnisch irgendwie an. Da kann ich jetzt nichts drunter beurteilen, da kannst du ja alles drunter verstecken. Ja. Dann auch noch mal ein Turnierbild. Genau, Turnierbild sieht auch eher aus wie entweder aus einem Handy oder ein Video-Screenshot. Qualitativ könnte natürlich besser sein, aber ich erkenne, dass das Pferd einen netten Galoppsprung hat, das sieht alles gut aus, ist natürlich ja der Hintergrund jetzt nicht so das Optimum. Es wäre halt schöner, wenn das Pferd mehr von dieser Hecke wegkäme und wir es ein bisschen näher dran hätten. Genau, es gibt einige Turnierfotos. Genau, das sieht auch gut aus. Oh, springen wir auch. Ja. Ja, schön, finde ich auch gut, würde ich auch so drin lassen, sehe ich, dass sie einen guten Sprung macht. Wäre natürlich noch schön, wenn man auch eins quer hätte, dass man da mehr den Ablauf beurteilen kann als von vorne. Aber ich glaube, das Pferd soll ja nicht hauptberuflich Springpferd werden. Nee, ich glaube, da ist ein anderer Fokus da, aber ich finde, wenn die beides können, ist es ja auch mal super, wenn man das einfach auch zeigt. Ja, absolut. Das können keine Metasprünge sein, aber nee, wenn man ein bisschen zeigt, dass das Pferd auch mal einen Sprung gesehen hat, dann muss das ja nicht das Ding sein. Genau, Ausreibbild auch super. und hundefreundlich. Gut, da haben wir jetzt ein bisschen wenig Hals drauf, also wirklich nur der Kopf, das ist so ein bisschen knapp, da kann ich wirklich gar nichts von beurteilen. Was mir jetzt in der Anzeige, ich weiß nicht, ob das noch kommt, noch fehlen würde, wäre wirklich mal ein Bild, wo ich das Pferd im Körper quer komplett beurteilen kann. Also ansonsten eine schöne Anzeige, aber da fällt die Beurteilung, das ist natürlich schon schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Genau. So, ich glaube ein bisschen, was haben wir noch? Wir können mal einmal in den Springbereich gehen. Ja. Da haben wir noch nicht so viel. Genau, da haben wir ja mal einen Schimmel, das wäre das jetzt Anfangsbild. Ja, ein Schimmel, der irgendwo in der Siegerehrung stand. Mhm. Mehr kann ich da noch nicht zu beurteilen. Ich weiß nicht, ob ich das Bild genommen hätte. Also der springt schön, aber ich finde es von einer Phase einen Hauch zu früh, weil der da gar nicht rund wird über dem Sprung und das ist ja eher das, was man sehen möchte. Ja. Dass die so ein bisschen runder sieht gerade aus, als wäre eigentlich gerade abgesprungen. Mhm. Aber zumindest kann ich das Pferd quer ganz drauf erkennen und das schon ein bisschen beurteilen. Genau. Genau, das finde ich viel schöner. Würdest du auch definitiv vor dem anderen setzen? absolut. Ja. Genau, von daher, ja, also von allen drei Bildern würdest du das letzte dann ganz nach vorne setzen? Ich denke schon. Okay. Das wäre für mich, glaube ich, also da würde ich dann schon sehen, hey, das Pferd macht einen schönen Sprung und ich würde das eine Bild, glaube ich, schon austauschen, dass so der quasi gerade abgesprungen ist gegen eins. Also ganz rausnehmen dann eher oder? Es sieht ja nicht unvor, also das Pferd sieht ja nicht mega unvorteilhaft daraus aus, aber auch da fehlt mir so die Beurteilung ohne Sattel als auch vielleicht mal ein Kopfbild, wo ich den Pferdekopf ohne, dass da eine Schleife Leder und noch irgendwie ein Fliegenhäubchen drauf ist, auch das richtig zu beurteilen. Genau, und ich glaube zum Schluss eine Spezialrasse wird gewünscht. Aber die haben wir dann hier, haben wir hier einen Spanier, fällt das für Spezialrasse oder muss noch spezieller sein? Ich wollte gerade sagen, ist die Frage, wie man Spezialrasse jetzt definiert. Genau, weil ich würde jetzt tatsächlich mit dem abschließen, dass wir da noch kurz drüber gucken, Ja. Also ich meine letztendlich, die ganzen Tipps lassen sich ja auf alle Pferde anwenden. Richtig. Von daher. Wobei ich auch sagen würde, also wenn es so um richtige Spezialrassen geht, wie jetzt ein Isländer oder verschiedenste Westernpferde, Gangpferde etc., also da würde ich wirklich mit einem Fotografen zusammenarbeiten, der entweder selber aus der Szene kommt oder sich wirklich lange damit beschäftigt hat und genau weiß, was da zu sehen ist. ist, weil ich könnte, obwohl ich wirklich tausende Pferde schon fotografiert habe, ich wüsste nicht, wie ein Isländer richtig aussieht oder wie ich einen Gangpferd richtig darstelle und was die sehen wollen, weil den Blick habe ich ja gar nicht, wenn man da nicht drin steckt und da würde ich schauen, da auch mit einem Profi zusammenzuarbeiten, nicht, dass aus dem Gangpferd auf einmal ein Warmbüter wird. Ja, ich meine auch im Westernbereich, ich glaube, da muss man dann auch mal sich bewusst machen, was man da einfach sehen möchte. Also ich bin auch sehr englisch unterwegs, wüsste ich jetzt auch nicht, was da wirklich ein gutes Foto ist. Also ich würde wahrscheinlich vieles ansprechen, wo viele Experten sagen würden, oh, ist aber gar nicht so gut. Ich finde, sieht schön aus. Genau, aber ich glaube, den PAE können wir noch einmal anschauen. Ja, schauen wir den noch an. Genau. Okay, also ich kann auch vorher direkt anfangen, ja. Die Qualität von den Bildern ist spannend. Den hätte man einen Hauch höher rechnen können. Dann ein dickes Logo drauf. Ich weiß nicht, das ist auch ein bisschen unruhig. Also ich verstehe das schon, dass man sagt, man möchte nicht, dass die Pferde und Bilder durchs Internet wandern, aber ich glaube, man hätte das einen Hauch kleiner gestalten können. und ja, Hintergrund, es ist halt alles sehr gelb, was das Pferd auch automatisch einen Hauch schmutziger aussehen lässt und der Hintergrund ist dadurch mit diesem Stromzahn allem relativ unruhig. ja. Genau, ich so, Location bleibt gleich. Genau, an umgefallenen Strohbeinen tut sich nichts, wenn wir ein Pferd, was an der Longe noch nicht ganz im Gleichgewicht ist, der streckt sich zwar schön, die Bewegung ist einen Hauch zu spät fotografiert, also da hinten quasi hat er noch nicht mehr Bodenkontakt. ja, also ich kann das Pferd zumindest im Körper so ein bisschen beurteilen, wäre jetzt aber nicht das optimale Gangbild. das sieht auch aus, als wäre es an der Longe noch mit entstanden, auch da jetzt nicht so das Optimum, da hätte man einen Hauch mehr Bein doch dazu lassen können oder wirklich nochmal einzelne Porträts machen können, das sieht ja doch ein bisschen angeschnitten aus. Ui, das hätte ich gelöscht und zwar sofort, da haben wir zum einen eine Phase, die jetzt nicht so der Hammer ist, ich weiß gar nicht, ob im Traten überhaupt diese Gangphase existiert oder ob das ein Spanier Phänomen ist und natürlich dieser unfassbar unruhige Hintergrund mit diesem Logo dick da drüber, also dem Bild kann ich gar nichts abgewinnen. Ja, es ist viel zu viel. Genau, das finde ich ganz gut, also da sieht er freundlich aus, schaut einen nett an, ist jetzt nichts, wo ich den Körper großartig beurteilen kann, aber ein Bild von einem Pferd, was freundlich aussieht. Genau, hier sehe ich schon ein bisschen mehr, was der für einen Halsansatz hat, finde ich besser als das andere Longo-Bild vorher. Auch hier könnte man einen Hauch mehr Bein dran lassen, finde ich aber gar nicht schlecht, das Bild. Ja, ich wollte gerade sagen, den Hals erkennt man da ständig schon sehr gut. Ja. Ah, okay, so ein Bild gibt es auch, das ist auch so ein Spanier Phänomen, dass man die ganz geschlossen hinstellt. Das finde ich ein bisschen schade, da hätte man den ein bisschen mehr geöffnet stellen können, aber ich weiß, dass Spanier das schon, also dass das eher da so gemacht wird. So kann ich zumindest den Körper aber gut beurteilen, finde ich gut, gut Hintergrund, es hat sich noch nichts dran getan, man hätte vielleicht den Platz vorher abäppeln können. Würde ich trotzdem weiter nach vorne setzen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Genau, hier haben wir auch noch mal einen unsäuberen Platz mit einer Trabphase, die grausig aussieht, würde ich löschen. Okay. Genau, das sieht auch gut aus. schönes Bild, würde ich auch viel weiter nach vorne tun. Kommt ein bisschen spät, finde ich auch. Ja. Ist auch eine ganz andere Erscheinung dann sofort. Ja, ich glaube, das sieht ja auch echt irgendwo spannig aus, also finde ich, ist jetzt für ihn nicht so vorteilhaft, wo er noch so ein bisschen mit dem Hals dann hochkommt, also, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Ja. da das Gleiche sieht man auch, wie er zentrifugiert, kippt nach innen. Genau, das ist auch eben saftes, was man eben nicht mehr traut. zu eng longiert und dabei Fotos gemacht, schade. Aber so lernen wir das ja alles, wie es richtig geht am Ende. Genau, ja, das Bild ist okay, aber nichts, wo ich jetzt irgendwie ein Pferd danach aussuchen und kaufen würde, glaube ich. Genau, da hatten wir andere Bilder, die schöner waren, würde ich auch rausnehmen, allein schon wegen der Macken am Hals. Das ist auch wieder so eine merkwürdige Trabverschiebung, würde ich auch rausnehmen. Da steht er ganz schön, das finde ich gut, würde ich als eines der ersten Bilder mit reinnehmen. Wenn nicht sogar das erste, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau, da hatten wir das nicht schon? Das kommt mir so in Bekanntform. Ich glaube in ähnlicher Form, also wir sind immer noch im Gegenteil, aber ja. Genau. Ja, aber es sind ähnliche Bilder auf jeden Fall. Ja. Dann wahrscheinlich ein paar gute dabei, aber einige, wo man sich dann schon denkt, so schade, ja, das zum Beispiel. Ja. Ja, das kommt leider dann gar nicht zum Geltung, ne? Ja, also, ja, so eins finde ich auch gar nicht verkehrt. Das würde ich dann, also dazwischen sind so Bilder dabei, wo man sich so denkt, nee, bis dahin fand ich, das Pferd gut, jetzt ist so ein mega merkwürdiges Bild dabei und dann wieder nicht. ja, ist so ein bisschen schade, wenn die Bilder das danach eigentlich kaputt machen, wenn man das Pferd eigentlich gut findet, ne? Ja, also ich finde den eigentlich schick, aber zwischendurch sind da halt echt so Phasen drin, wo du so denkst, so nee, schade. Ja. Ja, dann ein bisschen wahrscheinlich besser selektieren und will ich dann mal die Hingucker-Bilder nehmen, auf vier oder fünf beschränken. das Pferd will ich optimal präsentieren. Genau, das ist das letzte Bild. Lieber fünf Bilder, die sich voneinander unterscheiden und alle ordentlich aussehen, als 20, von denen aber zehn nur so la la sind. Ja, genau, von daher hier vielleicht einfach minimieren und gucken, welche Bilder dann wirklich die sind, die am besten sind. Genau. So, ich würde sagen, damit sind wir auch am Schluss. Genau, ich kann schon mal das Teilen hier beenden. Ja, vielleicht nochmal, hier ist Abschluss, die perfekte Verkaufsanzeige, das nochmal alle sehen. Ja, also ich fand den Abend super spannend, ich konnte auch eine Menge lernen. Ich bin leider auch einer dieser Handy-Fotografen. Wenn ich eines Tages mal eine Kamera habe, dann weiß ich wenigstens grob, was ich machen soll in Zukunft. Von daher ganz lieben Dank. Ich sehe auch schon im Chat, dass sich die meisten bedanken und ja, ich fand es auch sehr lehrreich. Danke an dich, Diana. Genau, wir hatten ja schon angekündigt, es gibt auf jeden Fall eine Aufzeichnung, die werden wir morgen übermorgen rumschicken. Wir hatten ja eigentlich auch eine kleine Ankündigung geplant, weil du ja auch noch ein paar weiterführende Seminare hast. Die packt einfach alle mit in die Mail rein, weil ich glaube, sonst geht das hier unter, weil dann doch viele Informationen kamen. Genau, die gibt es dann morgen auch in der Mail. Da gibt es auch noch einen kleinen Rabattcode zu, dass ihr sozusagen, wenn ihr dann weitermachen wollt, dass ihr das auch noch für kurze Zeit vergünstigt bekommt. Ich glaube, das ist ganz gut als Aufbau dann tatsächlich, dass man sich da wirklich optimal drauf einstellen kann. Von daher, ja, sind wir am Schluss angelangt. Ganz, ganz lieben Dank an dich und auch ans Publikum für die vielen Fragen, die das Ganze natürlich auch mit aufgelockert haben. Ja, und dann würde ich sagen, allen noch einen schönen Abend und dann bis hoffentlich zum nächsten Webinar bald. Tschüss. Ciao.